Mein mein und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Spiel und zwar spielen wir auch Monkey Island 2 komplett durch. Den ersten Teil haben wir vor kurzem einmal durchgespielt und das warten auf den dritten Teil versüßen wir uns, indem wir den zweiten Teil auch noch mal durchspielen. So, neues Spiel, gucken wir kurz auf die Optionen, wenn es da irgendwas cooles gibt, was uns vielleicht... Untertitel ein, Steuerung, manuell, Point & Click, so, genau. Wollte ich sagen, legen wir einfach direkt los. Bonus Funktion? Ne, wir wollen jetzt nicht die Anmerkung haben, das macht keinen Sinn. Los geht's. Jo. Well, 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 Guy brush three... Turn up in the strangest places. Uh, hi Elaine. Uh, do you think you can help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Ugh. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Deep in the Caribbean, Scab Island. So I bust into the church and say, now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait. And then LeChuck cries, Guy brush, have mercy. I can't take it anymore. I think I know how he must have felt. Yeah. If I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No. Bigger than that. The beard? No. I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean... Big whoop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. Either way, we won't have to hear about LeChuck anymore. Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid 50 bucks for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Now we'll have a ship. That Lago Embargo. Puh, it's a long time ago that I've played this. I'm excited if I know everything else. So, as you can see, we have just Ashes like Sau. Can we see? Ah, look at that. This may be a lot of money, but it's nothing compared to how rich I'll be when I find Big Whoop. Where do you think you're going, fancy pants? You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. You gotta pay. You don't pay for nothing. I'm a pirate. Tough guy, huh? Help! Police! Scream as loud as you want. There's no police on Scab Island. Then who eats the donuts and roughs up the transients? I roughs up one needs roughing up on this island. Whoa! Hey, you're loaded. This is my lucky knife. Hey. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Lago Legrand. Tough town. I guess I should've got those traveler's checks. So. We can go back to the shield, but we want to have this. Ah, the power is really nice. Wait a minute. The power is still on the ground. I'd rather like the other part. The power is still on the ground. The power is still on the ground. Point and click. I think it's better. Yeah, it's better. Oops, I think I broke the sign. No, we got a shield. Immerhin. It goes, right? Okay, let's go over there. Where there is. We'll see who is still on the ground. Zimmermann Was ist das Problem mit diesem Largo? No, like a voodoo doll of Largo Legrand. Oh. Nette Schürze sind Sie koch? Are you some sort of chef? No, I'm a woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing funny. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. But if a woodchuck could chuck and woodchuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood. Oh, shut up. Hey, you started it. I'd like to look around a bit. Sure thing. Oh, no, you don't. I need all of them. Geht auch nicht. Geht mal weiter. Original sieht so aus, nimmerweil. Wo man nichts erkennen kann fast. Geh mal hier mal rein. Ah, da kartenlacher. Wollen wir mit den Geräten? Ich weiß, dass man dieses Ding hier neben mir schnappen kann. Sobald es gleich kommt, schnappen wir uns das. Hey, wo ist mein Monokle? Ich kann's nicht sehen, ohne meinen Monokle. Ah, reden wir mit ihm. Wo ist das Ding? Ah, Entschuldigung. Wer ist da? Ich kann's nicht sehen, ohne meinen Monokle. Nee, ich bin Guybrush Threepwood. Hi, ich bin Guybrush Threepwood. Lechuck-busting-Stud. Aha. Oh, ich kann's nicht sehen, ohne meinen Monokle. Oh, ich kann's nicht sehen, ohne meinen Monokle. Ich hoffe, ich kann's nicht verlieren. Ich kann's nicht nennen. Ich kann's nicht nennen, eine neue. Ich habe genug. Es ist ein Pile von Blank-Papier. Es ist ein Pile von Blank-Papier. Okay. Wie soll ich arbeiten? Nicht schießen, ich frag der nur. Nicht schießen, ich frag der nur. Well, that's a dangerous question. I've been researching Big Whoop for years. There are a lot of people who'd like to get their hands on my files. Are you looking for Big Whoop, too? Well, I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? I really don't know much about it at all. You mean you never heard of the four men who buried it? Ach ja, die. Yeah, I know about them. Of course. Well, well. I guess you don't need me then. Ich muss kurz gucken. Es gab früher mal die Einstellung, ob man schwer oder leicht spielen will. Kann man das gar nicht mehr. Kann man wirklich nicht mehr. Das ist ja schade. Man konnte mal einstellen, ob man die schwere Version oder die leichte Version spielen will. Ich weiß nicht, ob das jetzt schwer oder die leichte ist. Das werden wir ja sehen. Also bei der schweren sind wesentlich mehr, ähm, na, wie heißt das? Wesentlich mehr Rätsel. Mal gucken. Ich geh mal hier hoch. Uh. Ich nab mal auf jeden Fall den Eimer. Hey, leave that alone. Sorry, is this your bucket? Well, no. So you won't mind if I take it? I guess not. Ich kann ohne mit den Männer ohne Moral reden. Wake up! What is it? Hi, lange nicht wieder. Long time no see. Do we know you? I'm Guybrush. You tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map? Map? Uh, I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? Was I a rat? Is that your rat? Yes. We call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. Wasn't that bad with your leg? It happened during a performance. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. A sacking lunch. It was quite lucrative. Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we, uh, couldn't refuse. So, we sold him the business. Yeah? We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats. We wanted to take passengers on sightseeing trips. And search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was, in fact, the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Big Whoop? I'm looking for that, too. Well, I hope your luck is better than ours. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so we just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny desert island. When did we get to the performing part? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. That you're a pack of loonies? He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmiths and polish it for me? Sicher, now give me money for the polish. Okay. See you later. We can scarcely contain our anticipation. So, now we can go through the window. Let's go through the window. We can see you all the time. Was this is not so true? I think so. Okay. I'll see you later. Messer. So, wieder raus, genau. Jetzt nur hier rein. Ich meine, hier ist das Hotel, ne? Ja, wo Lago Legrand wohnt. Müssen wir mal reingehen und gucken. Ja, genau. So, um was hier zu bekommen, hier zum Beispiel reinzuschauen und auch da zu gucken, müssen wir leider diesen Alligator freilassen. Das kriegen wir aber hin. Es ist mit dem Post. Oh, hier haben wir auch schon die Dämmen. Was sind die Dämmen? Was sind die Dämmen? Was sind die Dämmen? Was sind die Dämmen? Ich will nicht seine Dämmen holen. Ich fühle mich schlecht genug, um seinen Alligator frei zu setzen. Hm. Nur eine Gäste. Was ist die Dämmen? Die Dämmen holen? Das ist die Dämmen. Ich weiß nicht, dass die Dämmen holen bleiben. Es ist nicht die Dämmen. Es ist die Dämmen. Nein, das ist die Dämmen. Oh. Also komm mal hier raus! Was machst du hier wieder? Noch wissen wir es nicht, aber wir müssen später eine Voodoo-Puppe her für den guten Marrienten bauen. Soll ich hier rein gehen? Leiden wir mit ihm? Hallo! Ja, boi? Ein Grog, bitte. Schaken, nicht stir. Ha ha ha! Maybe you'd like a Shirley Temple instead. I'm old enough. Look at my beard. Ha! That's the oldest trick in the book. Tell you what, I'll let you have some near-grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty-smelling and foul-tasting as that stuffed grown-ups drink. Right on. Oh, wait. What am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Rats. Of course, if you have some ID. Who's this Kate person you mentioned? Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Tough as steel, sharp as nails. She rents her ship out. Does some freelance pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Hmm. One's a moment of nothing. Depends. Is there a good story behind it? As a matter of fact, there is. It's a story of the ghost pirate LeChuck and his gruesome demise. Heard it. This is the one where he drinks too much root beer and burps so hard he explodes, right? Hmm. Not exactly. Frankly, I don't care much for stories that promote moderation and drinking. I do have a business to run, you know. Nice place you have here. Well, see ya. It reads, Jojo. Appearing nightly. No cover charge. Not going off. I don't care. Now we're out here. We have a Stoupe. 堆 it's not here. We can't wait to lose. We'll have a Stoupe. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Junge? Wie ist das? Es ist einfach schade. Keine Ahnung mehr kommt hier. Largo hat meine Sput. Ich kann mit jedem drinken, machen Sie alles, aber ich kann nicht das eine Sache das könnte wirklich gut machen. Was ist das? Ein Voodoo Dog von Largo Legrand. Du dann! Gib mir mein Unfall, und es in eine Real-Glas. Bleh! Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. Das ist all I have. Well, you better have more tomorrow or we might have to move this stump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. Hehehe. Ein Fiesling. Hey, hast du ihm einfach all dein Geld gegeben? Ich will nicht darüber sprechen. So, jetzt können wir hier was machen. Und zwar... Largo war hier. Jetzt haben wir die Speichel von ihm auf dem Mund. auf dem Mund auf dem Papier. Auf dem Mund vor allen Dingen. Ähm... So, jetzt müssen wir auf jeden Fall noch mal zum... Wir müssen ja... Also ihr wisst ja noch gar nicht, warum wir die ganzen Sachen sammeln. Vielleicht macht es Sinn, das erst zu machen. Bloß ist es so, ich kenne das Spiel ja schon, deswegen gehe ich natürlich einfachere Wege. So, gehen wir Übersichtskarte. Genau, hier gibt es irgendwo, da ist der Friedhof, da gehen wir jetzt auch erstmal hin. Also ich muss gleich noch mal zum Sumpf und mit einer, ähm... mit einer Tante da reden. Aber, das machen wir danach. So, jetzt mal auf. Mit den Träbern. Das sieht damals schon cool aus. Das sieht jetzt immer noch cool aus, muss man sagen. So, den Grabstand, gucken wir uns mal an. Marco Largo Legrande. Hell on sea or sand. The good news is, he's dead. The bad news is, he bred. Los geht's. This is creepy feeling. I swear on my grandfather's grave, something weird is going on. So, haben wir. Mhm. Später müssen wir sogar noch mal hier rein, hier gibt's noch mal Gruft, wo wir rein müssen später, aber das ist mal egal. So, also wir sammeln jetzt sozusagen die Zutaten. Wir haben jetzt ein... Noch ein Video, was erfahren wir jetzt alles? Vielleicht muss ich einmal noch kurz hier zum Strand? Ich glaube, ich hab irgendwie was vergessen. Ich glaube, irgendwo muss ich noch einen Stock finden. Da. So, jetzt mal zurück. Und jetzt gehen wir hier hin, zum Sumpf. Jetzt erfahren wir auch, wozu wir die ganzen Sachen brauchen. Und ich will es nicht aus dem Wasser ziehen. Es wird vielleicht mit Jellyfish und Swampy Parasites. International House of Mojo. Ja, jetzt können wir den Stock benutzen. Vorher geht es mich gar nicht. Entschuldigung. Hier können wir mal kurz mit der Regen. Ja, jetzt geht es mal kurz. Ich weiß, wie das ist. Da ist die wieder das erste, die wir noch mal haben. Es ist ein langes Zeit, seit du vorhin kamst du mich zu sehen hast. Ich möchte meine Fortune-Wren. Ich sehe ein hartes Weg für dich, Guybrush. Es war nicht so schwer für dich, wenn du Lachuck warst. Die Leute nur noch mehr wollte. Du hast dich immer wiederholen und wiederholen. Die Pressure kept aufzunehmen, bis du alles verloren hast. Your fame, your fortune, the one you love. Okay, that's enough. Do I know you from somewhere? Ah, we often forget those who help us most. We do? It was I who told you how to do away with Lachuck. I told you where to find the voodoo anti-route and how to turn it into the powerful ghost-dissolving potion you needed. Oh yeah, now I remember. How's business? Very good. Many hexes this week. Saved many people from the evil eye. Made many pieces of eight. Although Largo took most of them. Tell me about this Largo guy. He's a weak little man who bullies this whole island around. Most people are afraid of him because he was once Lachuck's right-hand man. Yeah, but Lachuck's history. I got rid of him myself. True evil can never be destroyed completely. You will see. Why don't you just put a curse on Largo? I've tried. My most powerful magic lies in voodoo dolls. But to make an effective doll, I need some items from Largo's person. And no one's brave enough to go get them for me. What kind of ingredients do you need for the doll? Are you willing to help me make one? Uh, maybe. To make it work, you need to bring me some personal artifacts of the victim. One from each of the four basic voodoo groups. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Hey, that almost rhymes. For the thread, I need a piece of Largo's clothing. And a lock of hair will do for the head. Bring me a sample of fluid from his body and from his dead relatives. You must acquire some remnant of a corpse. Here. Take this shopping list. Thanks. Do you have any of those ingredients with you? I have his toupee. Hmm. Not quite a part of his head. But maybe I can get some scalp fragments from it. Have you brought me any other ingredients? I have some of his spit. Excellent. You may keep the paper. Have you brought me any other ingredients? I have the bone of his grandfather. Perfect. Do you have the final ingredients? I'll bring it later. Good. Now go. Wow. A whole bucket of mud. And it's mine. All mine. All mine. I'm here yet again. I'll bring it back. So, now go back. Now go back to the wood deck. Here up. Here up. Here up. Here up. Here up. Ich glaube, ich höre Largo kommen. Hey, what the hell? Come on. Whoever did this is gonna pay. I can't get this thing off my head. When I get this thing off my head, somebody's gonna be real sorry. Maybe I shouldn't have done that. You looked pretty steamed. Good. You're making me mad, Marty. That's my name. Don't wear it out. Look, I want it free and I want it tonight. Party tonight? Sure, I'll come. I'm talking about getting my laundry. Don't worry about me. I've been dry for three years. I said I need it back tonight. What? Yeah, we'll stay out all night. This is useless. You tell them I'll be back to pick it up. Or else. Minus is egal. I'll get back. I'll get back. I'll get back. I'll get back to the接触. I'll get back to the接触. Kommt schon, geil Brüsch. Ein. So, dann können wir uns jetzt das Hemd holen. Und das ist sozusagen das letzte, was wir brauchen wie die Wude-Probe. Etwas vom Faden. Also, ab zu dem Typen wieder. Ich würde gerne was abholen. Hab ihn gleich hier. Great, I'll see what we have ready for Mr. Legrand. I know it's here somewhere. I saw it a while ago. I don't know where was it. So. Da brauchen wir uns auf den Weg. Ich will wieder auf die Insel zu der Voodoo-Lady. Okay. Und da geht's. Ich bin da. Okay. Ich bin da. Okay. Ich bin da. Okay. Ich bin da. 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 Ich habe das Pearly-White-Brah. Das funktioniert. Jo-Ju-Bag? And finally, some miscellaneous voodoo herbs and seasonings, including monosodium glutamate. This ought to be good. Two, four, six, eight. Who do we assassinate? Largo, Largo, yeah! Hey, that looks just like him. Thanks, voodoo lady. One more thing. Some of the ingredients were not the optimum specimens. It should still work, but it will have a limited range. You will have to get close to Largo. Very close. So. And back. Okay. What's going on? Okay. What's going on? Die Musik habe ich immer noch im Ohr auch von damals, das ist irgendwie lustig. So, jetzt gehen wir zu Lagolegrant, der sitzt in seinem Stübchen, glaube ich. Da treppen wir ihn jetzt mal an. Ich gehe noch nicht mehr da rein. Ich gehe noch nicht mehr. Du hast einen Nerv barzine in hier. Du bist mir in meinem Privatsch. Oww! Take that, du stumpy, little dimwitted toad. What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. Why, I carry this. I'm gonna tear you limb from limb. How are you doing that? Largolegrant, you are a no-good, vicious, two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh. Well, I command you to leave this island. Just you try and make... Ow! Die! Die! Ow! Ow! That'll teach you to mess with the Slayer of the Ghost Pirate LeChuck. What's that? You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she did in LeChuck. She did, did she? Does she have one of these? Is that... Yes. LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see that. Boy, it is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring it back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again! Whoops. I'm afraid it's true, Guybrush. If they have any animated tissue, they can reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces! Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... Rotten? Partially decomposed? Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's going to be looking for me. Yes. He's going to try to kill me! Undoubtedly. Was kann ich tun? What can I do? You're already doing all that you can. What's that? Hunting for Big Whoop. Oh, yeah! I was doing that, wasn't I? Big Whoop isn't just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world, and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop. Unclaimed Bonanza or Myth? And where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee, thanks! I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're through reading. The overdue finds in Fat City are pretty steep. Hey, thanks! Hey, thanks! Gut, wie kriegen wir noch mal Geld? Mal kurz überlegen. Ah, ich glaub... Ah, wir haben, glaube ich, alles. Wir haben die Käsereste genommen. Da kriegen wir auf jeden Fall... Nicht unbedingt das Geld, aber wir können eine Ratte bekommen und können uns damit zu Geld mogeln. Das ist etwas, was wirklich... Also, die Rätsel hier sind noch mal richtig knackig. Wenn man überlegt, wie die Rätsel beim ersten Teil waren, ist der zweite Teil, der übertreibt das einfach. Und da saßen Leute und ich auch Ewigkeiten dran. So, pass auf. Als erstes machen wir... Da, wir nehmen den Faden. Und wir nüpfchen ihn hier mit. I think I'm too clumsy to hold the stick and tie a knot at the same time. Okay, machen wir es anders. That doesn't seem to work. So, jetzt. Dann. Nice! Jetzt ist der Stock da. Und jetzt können wir... Nur zur Faden mit dem Stock. So, und jetzt müssen wir nur noch die Käsereste da reintun. Dann gehen wir hier hin. So, jetzt machen wir die Ratte. Jetzt können wir die Ratte nehmen. Ja, das war's schon. Ganz nebenbei können wir ihn da oben die ganze Zeit nach der Politur fragen. Wir werden immer wieder Geld von ihm bekommen. Das heißt, wir können uns keiner zeigen. Das ist ja auch ganz lustig. das war's schon... was ist es, freie Goosh? So to speak. Right, right. Ja. Ja, das ist so viel mit dir jetzt zu reden. All right, du hast uns. Wir sind wirklich hier, weil... Well... Wir sind Angst, dass wir runterkommen. What? Was ist das Wort für es, Frank? Uh, uh... Roundaphobia? Es ist das Gegenteil von Acrophobia. Something wie... Orchaphobia. Sounds more like Workaphobia to me. Say what you will. We're not coming down. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Ja, was? So, und dann gehen wir jetzt... Hier hin. Wir brauchen ja Geld. Und Geld gibt's noch eine Art. Durch Schummelei. Pass auf. All I can see is water. I think this is a cold soup. Das können wir hier unten reinziehen. Und dann bestellen wir uns mal eine leckere Suppe, würde ich sagen. Excuse me. Ja, boy? Largo Le Grand has left Scab Island for good. Well, well. I guess all those laxatives I was slipping into his drinks finally got to him. What? Don't worry, I don't put them in all the drinks. Hey, uh, how's the stew tonight? Stew? Oh, gauche. We only serve gourmet chilled soups here. In fact, our new cook has been working all day on a very special Vichy Swaz. Let me go see how he's doing. How's the Vichy Swaz, Bernard? Excellent, sir. Won't you have a taste? Oh, I think I will. Oh, my God. What kind of demented recipe book are you using? You're fired. But, sir. Ow! Get out of my sight! This is the most disgusting, filthy mess I've ever seen in my life. Look at all the hair. And what's this stuff? How am I ever going to get rid of this junk? Well, here's your soap. Uh, I'm really not that hungry anymore. Dang. Hey, can you cook? A little. How'd you like a career in the fast-paced world of pub food cuisine? Are you saying there's an opening in the kitchen? Yeah. You interested? Omnich? Sure, I'll give it a shot. Great. Job is yours. Here's a week's worth of wages. Now go strap on that apron and get to work. Okie dokie. So, wir wissen, wir können direkt hier wieder aus der Küche raus. Haben aber gleichzeitig Kohle ohne Ende bekommen. Naja, ohne Ende. Aber wir haben jetzt mal Geld. Man sieht hier oben. 421 Goldstücke. Jetzt müssen wir wieder auf die Oberseite, also auf die Inselübersicht. Und jetzt gehen wir zu Captain Kate. Und die ist hier am Arsch der Welt. Hier unten. Der Halbwünsel. Zack. So. Wir haben ein Hausboot rein. Und hier können wir auf jeden Fall woanders hinreisen. Ich bringe ihn da hin. Da sie. Captain Brad. Hello, Mann. Mein Name ist Captain Dre. Was kann ich für dich tun? Ich muss ein Schiff fahren. Ich kann nicht schaden, denn ich habe einen Schiff. Ich kann nicht schaden, ich habe einen Schiff aus dem Schiff. Ich habe ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff. Ich habe meine Schiff, mein Schiff. Das ist meine Schiff, das ist der Welt. Ich kann nicht schaden, ohne Schiff. Nein, Mann. Tell me more about that necklace thing you lost. It happened some time ago. My navigator and I set sail for this legendary island. When we arrived, we were taken prisoner by cannibals. I escaped, man, but my navigator was not so lucky. All I found of him was one of his eyeballs. And I've kept it as a good luck charm. Gee, I think I've met your friend. Unlikely. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Would you like my monocle? Thanks, man. This'll do just fine for my lucky sailing necklace. What can I do for you? I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Lago's been run off the island. So I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of eight. Actually, I do have that much. Well, man. Consider me ship chartered. Great. Where's your ship? You're standing in it, man. Yikes. So. Die vier Kartenteile. Das wird auch mal ne spannende Geschichte. Die vier Kartenteile. Deep in the Caribbean, hidden by an endless storm lies... LeChuck's Fortress. So. When are we gonna resurrect the old bloated fool? Oops. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood. And I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on the Chuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, you voodoo lordship. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. With pleasure. I'm off to find Big One. So. Wie sieht's im Original aus? Das ist schon echt. Gut gemacht, ne? So. Papageienfutter, nehmen wir mit. Und gehen wir mal rein zu ihr. Welcome to the Jally Raster. Where do you want to go? So, jetzt können wir direkt mit ihr reden. Welche Möglichkeiten gibt es denn? What are my choices? I only know how to get to tree islands, man. What are they? There's where we just came from, Scab Island. The only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island. The festive French Mardi Gras Madi all the time island. It's run by one of the most respected and loved governors around. Governor Elaine Marley. Elaine? And last, there is Fart Island. A fascist dictator ship run by an over bloated pig named Governor Fart. Here, take this easy to read reference map, courtesy of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go. Gut, wir fahren jetzt erstmal nach Booty Island. Indian Jones Style. Wendet natürlich nicht den direkten Weg, wie man sieht. Das dauert leider wirklich so lange. Das ist aber nur beim ersten Mal der Gag so. Danach können wir einfach draufdrücken und sind wir direkt da. Also, keine Angst haben. Booty Island. So. Kurz überlegen. Ach so, das ist der alte Mann, der das Ding schickt. Gehen wir hier rein? Oh ne, im Kostümschub müssen wir glaube ich gar nicht, aber wir gehen trotzdem mal rein. Ne, hier brauchen wir noch nicht rein. Hier ist die Kate. Hier ist die Kate. Hier ist die Kate. Hi, my name is Guybrush. I'm Captain Kate Capsize. Like to charter a ship? I do weddings, funerals, bar mitzvahs, you name it. Could I have one of those leaflets? Yeah, okay. I'm interested in chartering a ship. Great. Not many people want to charter a glass bottom boat around here. Pretty soon I'm off to Fat Island to try my luck there. But let's talk Turkey first. My fee is six thousand pieces of eight. Gibt's da auch Kredit? Do you give credit? Also so viel haben wir noch nicht. Müssen wir später mal besorgen. Dauert ja noch. Okay, I'll be here. Check it out. Sightseeing. Sunking Galleons. Cruises. Okay, now, who's gonna be next? It's a great day for spitting. Sunking Galleons. Sunking Galleons. Sunking Galleons. Sunking Galleons. Das Nebelhorn hier wollen wir auch haben. Ich würde das Schiffshorn kaufen. Okay, das wird 40 Stück von 8. Okay, ich nehme es. Ich bekomme einen von Overstock. Hier geht's. Danke. Ich würde das Schild kaufen. Entschuldigung, das Schild ist nicht verkauft. Oh. Ich glaube, ich könnte es verkaufen. Das wird 5 Stück von 8. Okay, ich nehme es. Danke. Ich würde dieses Schild kaufen. Ich sehe, du hast ein Blick auf Qualität. Das wird 15 Stück von 8. Okay, ich nehme es. Danke. Danke. So, das war's schon. Dann gehen wir raus. Gut, ich glaube, viel mehr können wir hier gerade gar nicht machen. Dann können wir gleich zurückgehen. Where do you want to go? Und können zu Fett allein reisen. е rested Next? demás? Ich sehe dir. Nachdem den Anномalofa. Ich sehe, wie welche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 You must have me confused with someone else Smith, eh? That's an unusual name Perhaps you have some identification I must have left it in my other pants That's the second lamest excuse I've ever heard You'd better come with me Governor Phat would like a word with you Alright, I'll come with you It's coming So, let's see the fat Well, Mr Oh, excuse me It's coming to eat Mr. Threepwood You how pleased I am to have you here as my guest Can't say as I care much for your method of invitation I simply wanted to ensure that you didn't slip away before we had a chance to meet There's something I'd like to discuss Such as why there's a 10-foot guard blocking the door Such as your future, Mr. Threepwood And that of the ghost pirate LeChuck LeChuck's dead I killed him Perhaps you didn't kill him quite so thoroughly as you imagined He looked perfectly healthy the last time I saw him Last time you saw him? Oh no, LeChuck's back I beg your pardon Did you say something? I took care of LeChuck once I can do it again You'll get your chance You see He's put a sizable bounty on your head Oh? A bounty I intend to collect Oh I guess that bounty would buy a lot of bacon grease and pure fat, huh? Why, you You can figure it out while you wait in jail for LeChuck to pick you up Take him away Yes, sir, Governor Fat Come on, you little weasel I'll be back Come on Don't try to escape or anything Walt will chew you to bits Okay, well I'll be back to relieve you at 11 I hope I don't sleep here Stock Ah, warte mal Can we Stock auf'm Hund benutzen? I wouldn't want to make it angry Okay Bringt nicht so viel What a ferocious looking dog It's a stick It's a tibia Watch me flip it right into my pocket They don't call me the bone master for nothing They don't call me the bone master for nothing Ah So So And then can we die beiden Umschläge hier nehmen Gorilla-farben Umschlag Und Manila-farben Umschlag So Die sind beides Umschläge Wie können wir mal aufmachen? Ähm Öffne There's a banana in here And an organ Okay Hey That tickles Guck mal Jetzt haben wir alle Sachen wieder, ne? Perfekt So Achso The thievery of clothing and medically prescribed hair supplements for such witchcraft Grave robbing Trespassing Larceny without a permit Exceeding allowable FDA limit for rodent parts in vichyssoise Unauthorized exiting from a penal institution And releasing a dangerous reptile in a populated area Also wanted for questioning regarding the disappearance of prescription eyewear Reward offered for information leading to the suspect's apprehension 3-put is to be considered armed and dangerous Armed and dangerous? Right on! So Wir können uns aber jetzt aber das entgehen, indem wir hier hochgehen Und einfach Die gute Tante da raussetzen Pop Jetzt wird sie gesucht Für uns gut Eigentlich, oder? Ich denke schon So, jetzt mal gucken, was es auf der Insel noch gibt Gibt's eine Gasse? Wie gehen wir in die Gasse rein? Muss man kurz mich orientieren, was wir hier genau haben Keine mehr Betten? Okay, hier geht's Okay So, das war es noch Dem müssen wir auf jeden Fall hinterher gehen Denn der Der verregt uns gleich, wie wir nämlich Gewinnen können Man könnte auch so hingehen zu dem Bringt uns aber nichts Give me the next number First, give me the password If this is one What's this? Two Right The winning number will be 14 black Thanks Hm, also Also Wir machen das auch mal Ich weiß nicht, wie geht denn das nochmal Was ist die nächste Gewinnzahl? Was ist die nächste Gewinnzahl? First, give me the password You have to get it right Three times Okay If this is two What's this? Ich meine, das ist auch vier Four Okay, that's one, right? Let's say immer die erste Hand ist die richtige Das ist jetzt fünf Dann ist das fünf Five That's two One more If this is five What's this? Eins One Okay, you must be a member of the Gambler's Club But I don't recognize you Was, ihr kennt mich nicht? Hey, you don't remember me? No, but that's okay You wouldn't have gotten the password right If you weren't a member The winning number will be 32 red Also, 32 red Ich esse gerade eine Banane den Ball So, gehen wir zurück No more bets? Okay, here we go Fourteen black All right You win again Today is your lucky day, all right Would you like money again? Yeah I think that's enough for me today Okay, Ralphie See you tomorrow So, jetzt treffen wir immer die All you have to do is watch the wheel go round Hello How you doing? Ich würde gerne betten I'd like to place a bet Betting costs money, kid One piece of eight for one game Oh, yeah Here Okay, kid Which number you want? 32 I'd like 32 red Okay Here we go So So I thought of that Ah, jetzt. Also wir brauchen ja die Einladungskarte. Aber ich würde das Geld nicht mehr selbst. Geht das? Gib mir das Geld. Er schickt das Geld. Well, I'm out of money for today. You're lucky that you won the last of it. Congratulations. Thanks. So, wir holen uns jetzt doch mal was. Bless your bets, please. Und dann holen wir die Einladungskarte. Ich glaube, die brauchen wir nämlich auch für die Party. So. Ah da. Los geht's. What do you want, kid? What's the next winning number gonna be? First, give me the password. If this is one, what's this? Three. The winning number will be 26 black. So, 26 schwarz. Hier holen wir uns jetzt auch noch die Nummer. So, damals fand man die Grafik gar nicht schlimm, ne? Heutzutage... Charmant, aber nicht mehr so schön. So, ich würde gerne nochmal betten. Here's one piece of eight. Okay, kids. Which number you want? Ich hätte gern 26 schwarz. I'd like 26 black. Okay. Here we go. 26 black. 26 black. You're a winner, kid. Which of our fabulous prizes do you want? Take your pick. You can have the invitation to Governor Marley's Mardi Gras party. Or you can have a free pass to see the Linguini Brothers Circus. Well, which will it be? So, wir nehmen die Einladung. I'd love to have the invitation. He wants the invitation. Congratulations. Thanks. Here to make another bet? Ne. Here to make another bet? Was gibt's hier noch? Schauen Sie bitte. Nein, nicht hier reingehen. Big prizes for just one piece of eight. So, was ist das denn hier? Das ist die Bibliothek. Mir war in die Bibliothek rein. Ah, ja, wir brauchen einen Bibliothekerausweis, um nachher auch noch ein Getränk zu bekommen. Wir brauchen eine ID-Card. Entschuldigung. Entschuldigung. Schhh. This is a library. Whisperr. Now, what is it? I'm looking for a book. Do you have a library card? Nein, wie kriege ich einen? How do I get one? I'll need some personal information. Name? Guybrush Street. Address? Die obere Adresse, kennt ihr die? 221B Baker Street. Das ist die von Sherlock Holmes. 221B Baker Street. Age? Um, 21. Occupation? Pirate. Vices? Murder, arson, thievery, that sort of thing. I see. All right. Your library card will be mailed to the address you gave me. In the meantime, take this temporary card. You may check books out of the library, but only four at a time. That's about as many titles as I can remember anyhow. What book are you looking for? Ich weiß nicht, was haben sie denn? I don't know. What have you got? You expect me to name every book in the library? Use the card catalog like a normal person. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was... Guck mal, das ist ein Lukas-Artsbild. Ich weiß gar nicht mehr, was für Bücher wir brauchen. Das erfahren wir, glaube ich, erst später. Deswegen... Ähm... Aber das hier, das kenne ich noch. Den kann man aufmachen. This looks like a lighthouse on a beach. There's a model lighthouse lens inside. Zack. Den nehmen wir. Shhh. Okay. Das war's. Ich gebe raus. Und jetzt gehen wir... Da hin. Zum Pier. Da sitzt nämlich der Angler. Ich glaube, in dem können wir so ein Wettangeln machen. Engel. Angeln machen. Got anything yet? Are you kidding? I reached my limit hours ago. I'm Guybrush Threepwood. A mighty fisherman. Oh, you are, are you? You've been the best isle of the games. I'm the best fisherman in these isles. Oh, I beg to differ with you. I'm the best fisherman in these isles. Okay. Why you couldn't fish your way out of a paper bag? What? The pike I catch make pike's peak look like an anthill. That's why I'm known as the blowfish. Du meinst, we're karpfenkeller. Listen, Bait for Brains. I'm the best around and that is that. Nicht, wenn deine Leine so schwach ist wie deine Striche. Perhaps you'd like to make a small wager, eh, Mr. Fisherman? Sure, I'll take your bet. Let me tell you what I had in mind first. If you can catch a bigger fish than I can, I'll give you my prize-winning fish and pole. Kling fair. Sounds fair. If I catch a bigger fish than you, you have to eat it. Rawr. Ooh, you mean on rice with a little wasabi and soy sauce? No. Plain, cold, and with the head still on it. What do you say? Okay. All right. It's a bet. Great. I am really looking forward to making you eat my catch. Well, with all the sewage from Governor Fats Mansion, the fish are usually pretty gross. I never eat mine. Just sell them to restaurants. Best get fishing buddy. Okay, damit hat es uns schon einen Tipp gegeben. Können direkt beim Restaurant die so einen Fisch bekommen. So, sind wir hier. Sollen wir auf die Insel gehen? I can't reach it. Weg kannst du doch gehen. Mal die Insel von oben angucken. Jetzt wird es eingesperrt. So, und wir können jetzt hier zum Haus vom Gouverneur gehen. Ich meine, da gab es auch irgendwas für Clown-Konten. Hat der nicht ein wichtiges Buch auf seinem Bauch liegen? Ich meine schon. So, reingehen. Ist schon dicht dran alles, ne? Mal sagen. Aber wir fangen auch. Hey, aren't you supposed to be in jail? You must be confusing me with my cousin, Guybrush. Oh, I see. The resemblance is uncanny. I think there's a fire in the kitchen. Really? I'd better check it out. Hier oben ein Bild von Grimm-Fernango. Vom Spiel auch. Auch ein cooles Lukas-Arts-Spiel eigentlich. Wo man mit dem Tod spielt. Weißt du nicht gut. So, da. Berühmte Piraten-Zitate. Ich glaube, das brauchen wir. Und ich promise, Cheese und Schokolade-Sprinkel. Aber wir können es leider nicht rausbekommen. Ich glaube, ich habe ihn fast aufgewogen. Ich glaube, das hat nicht in etwa 10 Jahren geschlossen. Okay, ich weiß wieder wie. Ich glaube, ich weiß wieder. Wir müssen nochmal zurück zur Bibliothek. Ich glaube, wir müssen irgendein Buch ausleihen und das dann damit tauschen. Ich meine, so war das. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher mehr. Aber wir gucken mal. Na, ich meine, das war so. Wir gehen jetzt weiter. Dann gehen wir nochmal hier zurück zum Doc und holen uns bei der Bibliothek irgendein Buch. Wir dürfen ja ein paar Bücher ausleihen. Es sind gesagt vier Stück. Wir können irgendein beliebiges Buch nehmen, das wir einfach da rauflegen. Weil jetzt mit den Zitaten, das brauchen wir, das Buch. Ich weiß nicht mehr wofür, aber für irgendwas brauchen wir das. So, lass mal hier reingehen. Genau, wir gucken mal in den Karteikasten rein. Ich habe es mit diesem Karteikasten gehabt. Nein, nein, du sollst reingucken. Ich meine, hier gibt es ein Voodoo-Buch, ne Milch? Das ist nicht. Viren, Gehvermögen. Ah! Vokane. Tapete. Warten ist schon eine Suppe. Das sind auch geile Bücher, ne? Das sind so die ganzen, ich glaube, das sind immer so Voodoo. Siehe, Rezepte, Voodoo. Okay. Tapete. Okay. War das nicht hier, dass man da so ein... Voodoo, siehe, Rezepte. Okay, so. Dann lassen wir das mal hier. Gucken wir mal bei Rezepten. Ich meine, man kann nicht ein Voodoo-Buch ausleihen. Ich weiß aber nicht mehr, welches. Da, berühmte Piratenzitate. Das muss ich mir merken. Das merken wir uns mal. Ich muss das mal erinnern. Rezepte Voodoo, die Freude am Hexen. 100 wichtige. Auch mal. Die Freude des Hexen. Ich muss das mal erinnern. Ich habe es mit diesem Karte-Katalog gehabt. Nein, warte, wir müssen noch irgendein anderes Buch haben, was wir gar nicht brauchen, wenn wir irgendwann irgendwann reingehen. Wir raten dir zum Abgewöhnen, das nehmen wir mit. World's worst pirate songs. Hm, ich muss das erinnern. So, dann können wir rausgehen. Ich denke, ich werde einen anderen Schraub probieren. Dann gehen wir zu ihr und sagen, die Bücher, dann kriegen wir die auch von ihr. Pardon me, miss. What do you want this time? I'm looking for a book. What book are you looking for? Could you find famous pirate quotations? That book has been checked out by Governor Fett. Anything else? Hm, hier. Wir müssen auch ein paar Sachen hören. World's worst pirate songs. Okay, here you go. Anything else? Hm, das ist es. Could you find the joy of Hex? Okay, here you go. Anything else? I won't be getting any more books just now. Remember, books are the treasure of the mind. Okay, wir gucken uns mal kurz die Bücher angucken hier. So, jetzt gehen wir nochmal zum Gouverneur und holen uns das Buch. Von ihm. Ja. Und dann, ähm... Und wenn wir das Buch haben, dann können wir, glaube ich... Ähm, da sind irgendwie Zitate drin. Und wir brauchen nachher, auf jeden Fall brauchen wir das Zitatbuch für irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was. Das ist natürlich so, wenn man nicht mehr genau weiß, für was man das alles braucht. Aber man sich so schwach erinnern kann an früher, wie, was man da war. Also ich kenne viele Rätsel hier, davon kenne ich noch. Aber ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge. Und bloß wenn man schon irgendwo ist, warum doppelt laufen, wenn man weiß, dass man auf jeden Fall irgendwas braucht. Wahrscheinlich erfährt man das später, dass man das Buch braucht. Aber ich weiß es ja noch, dass wir es brauchen. Also von daher... So... Genau, jetzt können wir nämlich... So, wir nehmen das hier... Er macht das wie Indiana Jones. So... Das haben wir jetzt alles. Gut. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Und dann können wir die andere Hinsen noch besuchen und dann können wir nämlich, glaube ich, zu diesem Kostümfest war gehen. So... Genau. Hier gibt es auch noch... Ja, es gibt hier so viele Sachen noch. Hier kann man nicht rüberkommen, da kommen wir hier über den Wasserfall rüber. Und da gibt es ein Rätsel, was alle ohne Verstand gebracht hat, glaube ich, die in Deutschland gelebt haben und kein Englisch konnten. Ähm, was erzähle ich dann? Oh, warte, wir können, glaube ich, noch hier rein und Kate befreien. Denn sie ist ja im Gefängnis und wir können sie da rausholen. Komm, Geilbrusch. Geilbrusch. Da. Ich werde hier ein Weg herausfinden. Wer ist denn dieser Peepwind-Charakter? Nice. Hey! Oh-oh. Ich kann es erklären. Danke, dass du mich rauskriegst. Du musst mich entschuldigen, wenn ich nicht rumstehe. Ich muss herausfinden, wer mich hat. Puh, guck mal, da oben ist noch ein anderer Umschlag, den wir auch mit. Können wir heute auch aufmachen. Hey, da ist ein Neer-Grog in hier. Bei Neer-Grog, okay. Gut, ich glaube, mehr können wir hier gerade nicht machen. Das heißt, wir gehen jetzt... Wo ist denn jetzt hin? Ich glaube, wir können jetzt mit dem Boot fahren. Wo willst du gehen? Dann jetzt müssen wir wieder zurück zu Booty Island. So. Genau, um da aber reinzukommen bei Captain Kate, brauchen wir ein Kostüm. Und wo können wir das Kostüm kaufen? Natürlich hier drin. Können wir ein Kostüm kaufen? Warte mal. Ich sollte mit dem Shopkeeper erst checken. Gelegen wir mal den. Ich würde gerne ein Kostüm kaufen. Die Kostüme sind alle weg. Oder auf Reserve. Sorry. Aber du hast viele Kostüme. Sie sind alle Reserve und warten zu werden. Ich würde wirklich gerne ein Kostüm kaufen. Try uns nach, Mardi Gras. Ich würde wirklich gerne ein Kostüm. Look, wenn du nicht haben, du nicht haben Kostüm. Warum sind deine Kostüme so populär? Ich bin der einzige Kostüm-Kostüme-Kostüme-Kostüme-Kostüme. Und besides, jeder, der jemanden ist, geht zur große Mardi Gras-Ferbung in der Gouverneur Marley. Ich muss ein Kostüm kaufen. Ich habe keine Kostüme für dich. Du wirst wachsen. Ich komme später zurück. Wie war das denn? Warte mal. Mal gucken wir mal kurz vom Inventar. Ah, warte mal. Ich glaube, wir können... Ich glaube, wir können Ihnen so eine Einladung geben. Ich glaube, das hilft. Ah, du hast ein Kostüm auf Reserve. Well, das ist eine andere Geschichte. Lass uns sehen. Dein Kostüm ist genau hier. Hier. Walk this way, please. Well, here it is. You'll surely be the talk of the party in this. Have fun and enjoy your Kostüme. Zack. So, Kostüme haben wir auch. Dann geht's los. Ich glaube, es... Können wir da auch direkt hin. Sunken Galleons. 3-Hour-Tour. Check it out. Warte mal. Hier können wir trotzdem nochmal reden. Ich ruhe gerade höher, weil es gibt irgendwas mit dem Boot. Ich suche den Schöpfer. Ich suche den Schöpfer von Big Whoop. Ja? Als ich die erste Mäufer auf dem Limping Limpet, fanden wir einen Schöpfer von Big Whoop. Wir hörten, dass es unter einem Ort der Blinky Island war. Wir haben die Schöpfer nie gefunden, oder die Schöpfer. Der Kapitän hat letztendlich ein Bordem, während wir über die Säge von Beige-Schwotsam. Ich hoffe, dass deine Glück ist besser. Ich bin interessiert, in einem Schöpfer zu schützen. Great. Wie ich erwähnt habe, meine Kostüge ist 6.000 Stück von 8. Ich habe nicht so viel. Ich glaube, du hättest besser noch mehr finden, hm? Schau es aus. Blastbottomboot. 3-Hour-Tour. Schau mal an diese schützige Gruppe. Geh auf die Linie und testet deinen Schöpfer. Ja, die meisten werden. Der Schöpfer-Pirate LeChuck! Ich hatte eine Grip. Wollt ihr nicht, ein Mardi Gras-Kostüm, wenn ihr einen sehen könnt? Ist es etwas, das ich euch mit Hilfe helfen kann? Ich bin hier, zum Gouverneur-Party. Du meinst Gouverneur Marley's Mardi Gras-Fisch-Fry? Es ist nur ein Mardi Gras-Kostüge. Ich habe mein Mardi Gras-Kostüge. Ich habe mein Mardi Gras-Kostüge hier. Welche wissen Sie, du hast eine Mardi Gras-Kostüge. Du hast ein Mardi Gras-Kostüge? Ich habe mein Mardi Gras-Kostüge hier. Better put es auf. Wenn du auf. Aber du musst versuchen zu retten. Nein, nicht hier. Geh in den Bösen oder so. Ich habe mein Mardi Gras-Kostüge. Und die Kostüge sind ein tolles Tuch. Okay, ich denke, du kannst es nachher. Geiles Kostüm, oder? Was ist ein abgefahrener Weg eigentlich, oder? Ich weiß nicht, was ist. Ich weiß nicht, was ich nicht sagen darf. Ich habe mich nicht gesehen. Oh, wo sind alle die Vögel? Ich kann nicht bei diesen Leuten auf den Stairs gehen. Hier ist ein Stück Karte. Das weiß ich nicht. Genau, ich mein, das ist so. Ich glaub, hier können wir nicht machen, aber ich glaub, wenn wir jetzt rausgehen, schnüfft der Hund uns die Pfade. Das heißt, man denkt, man kann einfach weggehen. Oh, nice doggie. Was ist der Fall, Guybrush? Das crazy mutt ist zu töten, mich. Ich war mit dem Hund. Wer bist du? Sie nennt ihr Hund, Guybrush? Ja, ich verstehe nicht. Es ist nicht so ein Name, wenn ich mich fragen. Es sagt, es ist weil er dumm und hilflich und immer in der Lage ist. Er kann auch die Gouverneur ausfüllen. Vielleicht solltest du deinen Pocken ausfüllen. Try and catch me, old man. Oh, uh, look out for that rig. Governor, I caught one of your party guests making off with your grandfather's map. Another would-be treasure hunter, eh? Bring him in. In here, Guybrush. Guybrush? Guybrush Threeport? The one and only, Sugar Bear. Of all the parties and all the houses on all the islands of the Caribbean, he had to crash mine. It's destiny, honeycakes. Don't talk to me. Snugglepuss. Get lost. Punky-doodle. I'm warning you. Pooper-dooper. Maybe I should go rake the back 40. Look at us, together again. Boy, we haven't been like this since, well... Since I quit my job and moved away without leaving a forwarding address. Was that what happened? Gee, I thought... Guybrush, can't you take a hint? We were a mistake. I thought we had an agreement. Great to see you again. Uh, is there any food in this dump? So much for a pleasant attitude. Elaine, take me back. I can't live without you. Oh, really? May lightning strike me if I bear false intentions. You're getting warmer. Uh, mir gefällt, wie du deine Haare jetzt hast. I like what you've done with your hair. Same old Guybrush. Elaine, save me from this whirlpool of misery. Well, that's not the most stupid thing you've ever said. Die Mode ist immer noch dein größter Feind. Wenn du mich schon nicht zurücknimmst, dann töte ich mich hier und jetzt. If you won't take me back, just kill me now. Oh, Guybrush, I know I shouldn't have anything to do with you, but there's something about your weakness and ineptitude that I find infectious. Does that mean you're going to let me have the map? The map. Is that what this is all about? I should have known better. If the map's all you care about... ... ... ... You'd better go out and get it. Verdammt. Kann ich wieder hochgehen? Ist sie noch da? She's gone. I guess I really made her mad this time. Ich glaube, wir können das Paddel damit nehmen. Well, maybe she won't miss this old thing. Halt. I think I'm wearing enough women's clothes right now. Man, she has shoulder pads and everything. Ja, können wir nicht so viel machen gerade. Müssen wir die Karte holen. Die weht leider draußen. In eine sehr, sehr blöde Richtung. Da holen wir uns gleich, aber erst mal nehmen wir den Hund mit. Den kann man nicht mitnehmen, das weiß ich noch. Ha, bark as loud as you want. Hilbert's out raking the back 40. Ich glaube, man kann die mitnehmen. I'd like to, but this dress just doesn't have the pockets for it. Hey! Oh. Oh. Okay. Da weht die Karte leider ein bisschen. Okay. Dann bist du zur Klippe genau. Well, shoot. Könnte man sich die mal umziehen hier irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Gut. Man kann doch auch hinter das Haus gehen noch, ne? Was ist all der Racket? Ich glaube, wir laufen jetzt hinter uns her und wir können einmal ums Haus rumlaufen. Ich glaube, wir laufen jetzt hinter uns her und wir können einmal ums Haus rumlaufen. Hey, komm zurück hier! Ich bin noch nicht fertig. Wenn es nicht Raccoons sind, sind es Teenage-Vandals. Ich glaube, mehr war hier nicht, ne? Ich glaube, ich brauche mich mehr. Ich möchte was. Oh, da bist du. Anyway, wie ich sage, du hörst mich? Get lost! Punk! Ich würde gerne, aber diese Dressen hat einfach nicht die Karte für sie. Ich werde das Ding einmal und für alle schrauben. Okay, Dog, du kommst mit mir. So, also ich kann euch mal zeigen, hier an der Klippe. Können wir kurz gucken. Da hängt das Kartenstück hier unten, meine ich. Und wir kommen da nicht direkt dran. Und dafür brauchen wir einen Angel. Aber wir haben ja keinen Angel. Aber wir haben ja den Wettbewerb noch mit dem Heini. Was sieht man, was hier hängt jetzt? Da. Was lustige ist, das ist jetzt die schwere Version, wenn man die leichte Version spielt, ist kein Witz, dann kann man das Karte-Stück einfach einsammeln. Das war's. So, jetzt geht es mal, Angela. Das war's. Das ist ein bisschen größer als ein Leviathan. und ich habe in den Kopf genommen. Wirklich? Wo ist dieser Leviathan? Ich glaube, du lacht. Ja, du bist richtig. Es war nur eine Fisch-Story. Ich glaube, du wirst. Hier, zieh den Polen. Ah, ich glaube, man kriegt es trotzdem nicht. Wir versuchen es mal, aber ich glaube, man kriegt es trotzdem nicht. Achso, wir sind ja jetzt hier. Dann lass uns das noch nicht machen. Dann lass uns zum Schiff. Where do you want to go? Doch, wir fahren mal kurz hin. Wir testen das einmal an. Einmal gucken, wie wir das hinkriegen. Genau, zur Klippe. Ja, genau, was ich meine. Das funktioniert zwar, aber ich glaube, eine Möwe klaut uns das nicht. Da kommt sie. Und die fliegt da oben zu den Holzhütten. Seht ihr das? Dang. Gut. Ich glaube, wir können sogar die Holzhütten machen. Wir brauchen dazu einen Stock und dieses Paddel. Das Paddel haben wir ja, um diesen Baum da hochzukommen. Und hier? Und hier? Und hier? gardener Park wenn ich mal auspille! OICHT wird auch langfristig. Aber... 설 لم! Wer fest versch scientists... Die Äste hoffen! Nein. Dad? Mom? What are you two doing here? We came looking for you. Where have you been? You came looking for me? But I thought you abandoned me. Why would we do that? We are such loving parents. Yes, we are. So what do you two want? We have some information for you, son. Really? Great. What is it? Well, we're going to give it to you in the form of a song. Oh. Okay. What? The head bone is connected to the hip bone. The hip bone is connected to the hip bone. The hip bone is connected to the out bone. They are the original. Right. Wow, Sie sind gut. Ich habe Dänzchen mit. Ich habe Dänzchen mit. Ich habe Dänzchen mit. Ich habe Dänzchen mit. Ich werde Dänzchen mit. Ich habe 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 Dänzchen mit. Ich kann es wirklich nutzen. Ich kann es wirklich nutzen. Dänzchen mit. Was hast du? Wir haben hier ein paar Besonderes. Hier bei der Blödenlippe. Wie... Yellowbeard's Baby. Blöden Stump. Und... Blue Whale. Okay, nehmen wir den Dänzchen mit. Ich habe Dänzchen mit. Nun, du kannst es versuchen, aber... ... ich glaube nicht, dass Natur auf deiner Seite ist. Ha, 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 ha. Gib mir bitte den Drink. Hey, ich muss die Römer schreien. Es ist eine Union-Sache. Das wird ein Stück. Okay. Hier geht's. Und hier ist ein komplementarer crazy-Straw. Wir geben den neuen Kunden der blöden Lippen. Bartender, gib mir einen. Dänzchen mit, glaube ich. Römer. Gib mir einen blöden Stump. Ich kann nicht. Die Gehnsäden aus dem Gas. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ja, ich habe mich selbst verbringet. Das wird ein Stück. Okay. Hier geht's. Bartender, gib mir einen Drink. Viertel, gib mir einen Blöden. Machen wir einen Blöden. Mach mir einen Blöden. Sorry, der Blender ist nicht groß genug. Aber wirklich, das wird ein Stück. Okay. Da, sie schlägt. Okay, das war's. Schönes Ort, das du hier hast. Na, bis zum nächsten Mal. Der Stan, der verkauft nämlich jetzt Särge statt Boote. Auf dem ersten Teil, wisst ihr das noch? Und, ja genau, da können wir noch was Lustiges machen. Pass mal auf. Where do you want to go? Ist doch Booty, Alter, ne? Ja. See the world. Sightseeing. See the world. Howdy. Welcome to Stan's previously owned Coffins. We handle the dead for a lot less bread. What are you looking for, son? Need a bin for your next of kin? Want a family plot without spending a lot? You're in love. Just look at all this quality merchandise. Never before touched by a living soul. Most of it used only for a few hours. Premature burial, you know. That sort of thing. We'll speak up. Or are you dead? Either way, you came to the right place. I'm looking for a good used coffin. Amazing. When you first walked in here, I said, now there's a guy who needs a good used coffin. There happens to be an excellent deal right behind you. Let's go take a look-see. Now this here is the Cadillac of Coffins. Look at all that leg room. There's room in there for Long John Silver himself. Here, let me get in and show you. Yes, a man can really rest in peace and comfort with one of these. Why should a man's coffin be any smaller than his bunk at sea? Can I show you anything else? Could you show me that coffin again? Heck, why not? Okie dokie. You know, a person's coffin should reflect their station in life. If you're thinking about one of those cheaper models, first ask yourself, I almost forgot. I wanted you to have this complimentary hanky. Just my way of saying, I care. Now, where were we? Oh yeah! This is truly the casket of captains. Sure, sure, try out the lid operation. It's just as roomy closed. Can I show you anything else? 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 Can you show me that coffin again? Of course! Of course! When you've spent your life on something as big as the ocean, how could you spend your death in anything smaller? There's enough room in here for a pirate and his parrot. But it's open. It's just as roomy closed. Here, let me show you. See? Feel free to join me. Ah, it's okay. There's room for both of us. I could just stay in here all day. I hear you knocking up there. That solid oak you're hearing. Yes, it sure is knife in here. Hey, I think the lid's stuck. Excuse me, friend. Could you see if the cloud has closed on this thing? I seem to be stuck. Hello? Are you still out there? Hello? Glass bottom boat. Glass bottom boat. See the world. Okay. I'll give it a try. I'll give it a try. Alright, settle down, folks. This kid looks like a serious contender. What's your name, boy? Juicius Maximus the third. The juice man! Max Mucus! He's juicy to the max! Spit away! We're with you, Juicius! Let's go! Miss fire! Miss fire! Everybody run! Maybe a little over the max on the juice there. Let's give him a big hand anyway, folks. At least he tried. Come on! It's all paid for by Booty Island, Mark and Reck. Yes, put your two links together and... Hello! Are you pirates or not? Two, four, six, eight! Come on, let's expectorate! Everybody already has the necessary equipment. Turn a disgusting habit into a prestige-winning skill! And how does he do it? False alarm. As I was saying, don't let this grass wither up and die! Ahem! Juicius Maximus has returned! Spit away! Spit away! Spit? That's gross! I'm out of here! Spit! Ooh, no! Dry tongue at the last minute! Well, what about you folks? What was that? Did I hear somebody swallow? What a waste! Thousands will spit! Hundreds will win! No volunteers! If Blackbeard were here, he'd shoot you all right now! Come on, don't be shy! Let it fly! I know you wanna volunteer! It's a green drink and a broken glass. It's a green drink and a broken glass. You think spitting is gross? I'll tell you what's gross. Swallowing that stuff is gross! That doesn't seem to work. Prove to me that you guys are at least as fun as a pack of llamas. I hear there's some scouts here from the pro spitting circuit. That doesn't seem to work. This may be your last chance at popularity and success. Just put your two lips together and blow! Are you pirates or not? That doesn't seem to work. Don't let this grass wither up and die! Hey! Do you want to drink? Come on! It's all paid for by Booty Island, Parks and Rec! Okay, we'll do it again! Juices Maximus has returned! Spit away! Come on! Let her rip! It looks like he's rallying! Looks like third place! I think that deserves a little applause! Too bad there are only prizes for first place! Better luck next time! Now, how about the rest of you? Just put your two lips together and blow! You think spitting is gross? I'll tell you what's gross! Swallowing that stuff is gross! It's a green drink and a broken glass! Come on! It's all paid for by Booty Island, Parks and Rec! Everybody already has the necessary equipment! Boy! Spit thick! Juices Maximus has returned! Spit away! Let her rip! You can do it! Pooey! What's this? A surprise turnaround in performance? Looks like second place! I think that deserves a little applause! Hmm, it's like the army! Now! How about the rest of you? No volunteers! If Blackbeard were here, he'd shoot you all right now! What was that again? Okay, now! Who's gonna be next? Just put your two lips together and blow! Boy! This stuff makes my spit! Come on! It's all paid for by Booty Island, Parks and Rec! Ich glaube, es hat mit dem Wind zu tun. Bei der Frau rechts sieht man, dass ihr Dings da weht. Man muss mit dem Wind spucken. Machen wir jetzt mal auf. Spit away! Hey! You can do it! Better not blow it, man! Hey, Spitter, 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 Spitter! Come on, Spiddy, Spiddy, Spiddy! He's cleared first place! That was truly awe-inspiring! Sports fans, we've seen something incredible here today! Let me congratulate you and give you this fine commemorative plaque! Way to go, Juices! Come on, let's give him a hand! Of course, there are plenty more prizes for the rest of you! So how about it, gang? Come on! It's all paid for by Booty Island, Parks and Rec! Come on, don't be shy, let it fly! Step up to the line and test your swill! Three-hour-tour. Seid-seid. It's a plaque with an odd-looking gob of something on it. Some galleons. Nice shop, you got here! Thanks! I pride myself on the quality of my merchandise. I only sell the finest of pirate memorabilia. Even the trade-ins are first class. And I always make you the best deals. How can you afford to do that? Volume! I have to go now. Okay, wait a moment. I need to go now. I need to go now. Okay, wait a moment. How much will you give me for this plaque? I'm not interested. What do you mean? It's worth a mint. For a lump of pus on a shingle? That's not just any lump of pus. Oh yeah? What's so special about it? The spit of the person who killed LeChuck is on it. Really? That would make it very valuable. And I do like bronze anyway. I'll give you six thousand pieces of eight for it. I'd like to buy this map piece. That's six million pieces of eight. Did you want it? I can't afford that much. Too bad. I'd like to buy these cannonballs. Actually, those belong to my son. They aren't for sale. I'd like to buy this peg leg. That's great, huh? Too bad it's not for sale. See the world. Cruises. I'm interested in chartering a ship. Great. As I mentioned, my fee is six thousand pieces of eight. Okay, I'll pay you the six thousand pieces of eight. You've chartered yourself a ship. Are you ready to leave now? Yeah. Yeah, let's blow this popsicle stand. Have you got a course planned or anything? I can show you where I want to go on this map that Captain Dread gave me. Ah, okay. Well, here we are. What now? I'll dive in and look for the sunken galleon. Are you sure you can swim? Hey, I can hold my breath for 10 minutes. There wasn't anything down there. Let's head back to Booty Island. Okay. I have a treasure guarantee policy with all my charters. Since you came back empty handed, we can go out again, free of charge. Just let me know if you want to go. Three hour tours. Cruises. Ah, you just remembered, I'm late for a party. You and everybody else on this island. If you need a ship, you know where to find me. Cruises. Last bottom book. Where do you want to go? Can't I do anything right? Excuse me. Who's there? I can't see anything without my monocle. Nice place you have here. Well, goodbye. Okie dokie. Oh, shoot. I hope my mom would help me find it. Ah, that'll work. Thanks. Excuse me. Yes? My name's Guybrush. Who are you? Wally. Wally B. Feed. At your service. Could you tell me about the men who buried Big Whoop? Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? Only four crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was, it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the four of them. And they all went their separate ways. Where are they now? Well, I don't even know their names. You know, that reminds me. I've got to get over to the Fat City Library and look that up. Of course, it could just be an old legend. But, if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. What exactly do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery? In here? Uh, no. I'm the map making sort of cartographer. Oh. What kind of maps do you make? Every kind of pirate could need. My eyes have seen the whole world. And there's not a part of it I haven't put down on paper. Maps are very, very important. Actually, I prefer to stop and ask directions. That's what Magellan thought. Ha, ha, ha. Sorry. Cartographer joke. Okay. Thanks. I gotta go. Okie dokie. Then we'll go to the Scap Island and look at the library. That's what he said. He'll look at it. We'll see if we're going to a book. It's like a film called the Scap Island. It's like a book about the Scap Island. Let's see if we can find something. Where do you want to go? Where do you want to go? So. Unde got to fit alle. So. Da rein. So. Guck mal ob da sunkene Schätze. Ok. Und wie? Walter. Wo ist das da? Bob, das ist halt so ein Tee, alter. Müsst du doch hier. Hm. Oder ist das vielleicht... Ich denke, ich werde einen anderen Drawer probieren. Ist das auch gesunkene Schätze? Oder gesunkene Schiffe? Weiß ich nicht mehr. Wo ist das? Hm. Hm. Ich schieße auf Scare Island. Hm, was kann das denn sonst sein? Wie hieß denn das? Oder wie könnte das denn heißen? Also und was kann man noch finden? Ich habe es mit diesem Kartenkatalog gehabt. Guck mal, da haben wir schon mal. Guck mal gleich mal. Guck mal gleich mal, der Schatz noch mal, der S. Ich guck mal, ob es hier... Ich glaube, ich werde ein anderes Schatz probieren. Dann müssen wir unter S gucken. Ja... Ah, da oben ist S. Okay. Regeln. Regeln. Wenn Piraten zu sehr lieben. Schiffswrack. Schiffswrack. Siehe Unglücke. Okay, unter Unglücke kann ich auch noch mal gucken. Wegen dem Boot. Jetzt werden wir gucken, ob ich was über Big Whoop finde hier. Unglücke. Kurz im Kopf behalten. Hier haben wir nichts über Big Whoop gefunden. Okay. Ich habe es mit diesem Kartenkatalog gehabt. Gucken wir noch mal der Rundlücke. Hm. Tattoos. Big Whoop. Legende oder Realität? Das bedeutet... Big Whoop. Unclaimed Bonanza oder Myth? Hm. Ich muss das erinnern. Gucken wir mal. Ich habe es mit diesem Kartenkatalog. Jetzt ist es der Gewieser da, oder? Fragen wir sie mal. Entschuldigen Sie, Frau? Was willst du denn diese Zeit? Du willst ein Buch? Welche Buch hast du denn? Ich brauche Big Whoop, Unclaimed Bonanza oder Myth. Du hast schon den Buch ausprobiert, Herr Threepwood. Was? Ich habe das schon? Ich werde jetzt nicht mehr Bücher brauchen. Bitte die Lenz zurück in die Lichterhaus. Big Whoop, Unclaimed Bonanza oder Myth. Das ist faszinierend. Es sagt hier, dass es vier Piraten waren. Rapscallion, the cook, Young Lindy, the cabin boy, Mr. Rogers, the first mate, and Captain... Good heavens! Captain Marley! I wonder if there's any relation. They bury their treasure along with plenty of, uh-oh, booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into four pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steamin' Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the gangrene and honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leaning at the time. Okay, das haben sie aber nichts gebracht. Das haben wir unter Espo oder Schiffswracks vielleicht. Schiffswracks, siehe Unglücke. Ich denke, ich werde einen anderen Drawer probieren. Das werden wir unten nochmal. Großes Schiffswracks unseres Jahrhunderts. Großes Schiffswracks unseres Jahrhunderts. Hm. Ich muss mich daran erinnern. Das ist ein bisschen blöd, ne? Also, passt ja irgendwie nirgendswo dazu, würde ich sagen. Aber naja, was soll's. Wir holen uns das Buch jetzt. Und da sollten wir auch ein paar Logdaten finden. So, reden wir mit ihr nochmal. Entschuldigung, Frau. Was willst du diese Zeit? Ein Niederbock? Was hast du für ein Buch? Was hast du für ein Buch? Hast du große Schiffwrecks unserer Zeitung? Okay. Also, es ist schon ein bisschen frech, dass das so ist, finde ich. Aber naja. Was soll's. Okay. Here you go. That's your limit. You'll have to give some books back before you can check out anymore. Okay, brauchen wir aber nicht. Wie geht's raus? Gut. Haben wir gut geschafft. Zu Dreads Schiff. Where do you want to go? Und jetzt müssen wir nach Budi wieder. Und mit der Kate drehen. Aber vorher gucken wir mal in unser Buch rein. Da ist es. Great shipwrecks of our century. It says here the mad monkey sank at 33 north, 85 west. 33 north, 85 west. So, jetzt haben wir die Koordinaten. Und können wir jetzt hineiern mit ihr. Seidseeing. I'm ready to head out again. Okay, show me where you want to go this time. Also, 35... ...Nord und... ...85 west war das, ne? War das so? Well, here we are. What now? Let's head back to Budi Island. Okay. Let me know, when you're ready to try again. 3-hour tour. Great shipwrecks of our century. It says here the mad monkey sank at 33 north, 85 west. Check it out. The last bottom boat. I'm ready to head out again. Okay, show me where you want to go this time. Well, here we are. What now? I'll dive in and look for the sunken galleon. ... ... ... ... ... ... das noch mal angucken dürfen, die ganze... Oh, da ist das Schiff. So, wir brauchen diesen Affenkopf. So, nach oben können wir glaube ich nicht schwimmen. Man könnte auch unten bleiben, wenn wir irgendwann sterben. So, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir natürlich gleich zu den Typen da rein, um das Kartenstück zu bekommen, was er da hat. So. Und ihm... ihm geben wir halt diesen Affenkopf. Da freut er sich. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, jetzt kommen wir hier zurück, jetzt müssen wir natürlich einmal zum... ...nach Scap Island. Jetzt haben wir das Paddel hier auch repariert, äh Fett Island, Entschuldigung. ...dip inside LeChuck's Fortress. Ah, LeChuck, Sir. So, Herr, ich habe das Gefühl, dass Guybrush gefunden hat, eine der Map-Pieze, den Big Whoop. Du wirst es viel mehr regrettet, wenn er einen anderen findet. Stopp ihn, auf jeden Fall. Aber erinnere mich, ich will ihn hier leben. Ja, Sir. Grape. Gut. Wir können jetzt uns das zweite Kartenstück holen, was oben... ...ähm, auf dieser Insel, äh, auf diesem Baumhaus ist. Und da können wir ja ganz leicht hinkommen, denn... ...was haben wir? Wisst ihr's noch? Das Paddel reparieren, genau. So, das machen wir jetzt. Ach, das war auf der anderen Insel, echt nepp. Na okay, wir können aber auch hier schon mal hingehen, wenn wir hier schon mal sind. Weil wir haben ja uns diesen Affen genommen. Und dieses Rätsel, was jetzt kommt, das ist total behindert. Weil, ähm... Es gibt so ein altertümliches Wort da im Englischen, wofür man für einen Schraubenschlüssel Monkey Ranch sagt oder so. Funktioniert aber eigentlich, also gibt's im Deutschen ja nicht. Im Deutschen hat man wirklich gesucht, um das zu verstehen. Aber wir können hier, können wir tatsächlich diesen blöden Affen benutzen, um das... Weil der ist so steif gemacht, das heißt wir können ihn dafür benutzen, um das umzudrehen. So, jetzt können wir runter gehen. Jetzt gehen wir durch das Loch durch. Jetzt kommen wir auf die andere Seite sozusagen. Ich glaube wir können auch da schon mal weitermachen, weil wir schon mal da sind. So, dann können wir hier oben hochgehen. Dann können wir zum Haus kommen da oben. Ich bin zu kurz. Dann gehen wir zum Haus hoch. Schneequatsch, hier rutschen wir unten raus aus dem Loch, wenn man oben die Falltür benutzt. So. Dat ist der Sauvoll. Was willst du? Ich habe mich gefragt, ob ich in einen Moment gekommen bin. Was willst du wirklich? Ich bin für eine Karte. Ich wusste es. Look, Keg. Ich bin sicher, dass du treasure-hunterst kommst hier. Ich habe gerade diese Haus zwei Monate vorhin. Und jeden Tag, all I've heard ist, Rap-tap-tap! Hast du hier treasure? Warum kannst du die Leute einfach weg und verlassenen Piraten? In peace. Hm. I'm Guybrushed Leafwood. Prepare to die. So, you want a sword fight, do ya? Sword fighting's for wimps, weenies, and sissies. Keeping up so easily? Wow, this game's a cinch. I have a better way to solve a dispute. Real pirates solve their differences with a drinking contest. Drinking contest? Come on in. I'll get a set up. This is my special grog. It's just for contests. Twice the alcohol, twice the calories. I hate having to waste it. Here's your drink. From what I'm told, nobody can drink the special contest grog without feeling faint. But I've been practicing. You know, most of the treasure hunters just leave when I ask them to. Hold on. But you, you're resistant. It will get you places in life, boy. Are you sure you don't want to back out? No thanks. You drink first. Now it's your turn. I think I'll leave it here for Rum Rogers. Okay. Pass auf. Hier müssen wir jetzt. Hier ist ein leerer Spiegelrahmen. Wir haben ja den Spiegelrahmen aus dem Shop, den wir den Papageien abgelockst haben. Und den können wir dafür benutzen. Und jetzt müssen wir nochmal rausgehen. Denn hier draußen ist eine Affenstatue, wie ihr seht. Und an dieser Affenstatue können wir, wenn ich mich nicht hier als täuscht, haben wir das noch irgendwo? Irgendwo einen Fernlass, oder? Habe ich keinen Fernlass gesehen? Nee. Ich habe ja noch gar keinen Fernlass anscheinend, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber... Das bringt natürlich nicht so viel. Warte mal, vielleicht kriegen wir das. Wo kriegen wir denn das Fernlass her? Ist die Frage. Das weiß ich gerade nicht. Dann lass uns mal hier zum Schiff gehen. Okay, dann lass uns einmal zu Booty Island gehen. Wo kriegen wir das Fernlass her? Ich dachte, ich hätte das schon gehabt. Ich habe ja nur diese Linse gehabt, ne? Pass auf. Dann machen wir das als erstes mal mit einem Baum. Jetzt haben wir unser Paddel hier variiert. Ähm. Und dann... Wo kriegen wir das Fernlass her? Ich glaube, das kriegen wir vielleicht vom Kapitän noch. Müssen wir testen. So, warte. Warte. Müssen wir vorgehen. Da ist das Paddel. So. 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 Oh, das ist ein guter Hund. Ja, jetzt habe ich zwei Plattformen. Wo willst du gehen? Gut, wo die warme, dann müssen wir jetzt wieder zu Fat Island. Once again. Lechuk, Sir, ich wollte nur sagen, dass wir die neue Torture-Chamber haben. Sehr gut. Hast du noch etwas anderes zu sagen? Ah, nein. Well, es ist eine andere kleine kleine Sache. Ich glaube, das hat sich mit Guybrush's capture zu tun? Ja. Well, irgendwie. Du hast ihn geholfen, das zweite Plattformen zu finden, nicht wahr? Du Böse! Du solltest bereits dein Schiff ausführen und selbst nach ihm ausführen. Find ihn oder sterbe! Gut. Wir wollen uns ganz egal sein. Wir gehen jetzt mal hier längs. Wir holen das dritte Kartenstück jetzt. Dann wollen wir noch das vierte. Wo ist das vierte? Ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall in der Gruft. Wir haben die Gruft-Schlüssel hier von Stan geklaut, wenn ihr euch erinnern könnt. Und... Ja, genau. Wir müssen irgendwo eine Gruft aufmachen. Das müsste ja auf Scap Island sein, weil wir auch schon waren, wo wir einen Knochen ausgegraben haben, um Le Grand fertig zu machen. So, warte mal. Nice! Ach so. Es hält nicht. Warum hält denn das nicht? Ich versuche nochmal. Es scheint auf jeden Fall rein, aber es hält nicht. Also müssen wir es ja wahrscheinlich noch irgendwie befestigen. Oder warte mal. Machen wir das Fenster aus. Versuchen wir jetzt nochmal? Boah, das hat ja noch nichts zu tun, ne? Wie sollten wir das denn befestigen? Weiß ich gar nicht mehr. Mit Kaugummi? Nee. Ah. Aber jetzt hält es ja auch weg. Okay, aber er hat ja was reingezeigt. Wir gehen mal rein. Vielleicht reicht das ja. Da ist ein Ziegelstein. Ah, okay. Jetzt geht es auf jeden Fall abwärts. Ich bin kein Mason. Ich bin kein Mason. Wuuah. So. Noch ein... Es geht noch drei Masken. Nur nur eine zu gehen. Kann man hier noch mehr mitnehmen? Hier geht es runter zur Rutsche. Gut. Reicht es, wenn wir da auf den Weg gehen? Dann müssen wir den ganzen Tunnelweg wieder gehen. Ich weiß es gar nicht. Okay. Gut, haben wir auch. Den eiern wir jetzt mal nach Skepp Island. Denn da glaube ich müssen, dass der Geruft das vierte Kartenstück holen. Wir sehen jetzt auch eine Zwischensequenz von Lechok. Aber... Where do you want to go? Deep within Lechok's Fortress. Blah, 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 blah. Largo. Yeah. You called for me? Is it true that Guybrush Threepwood has found the third piece of the map to Big Whoop? Ah. Yes, sir. I was about... Why did you not come and tell me yourself? Well, I was trying to confirm that he really... Largo. You have been my trusted henchman for many years. But I won't hesitate to drag your entrails from behind my ship If you do not bring me Guybrush before he finds that treasure. Gut. Also wir gehen direkt hier hin. Und gehen zum Friedhof. Wir haben ja einen Gruppschlüssel bekommen. Wenn ihr euch erinnern könnt. Da ist ein Grupp. Den haben wir von Stan. Und dann... There's no keyhole. The door's been sealed shut. It looks like it's been sealed shut. It's locked shut with a big rusty lock. Da haben wir doch bestimmt was. Stan's cozy crypt. A place to spend eternity. Not a fortune. Okay. Jetzt haben wir hier den Sarg. So gucken wir auf diesen Säge. Ich weiß es nicht mehr genau. It's inscribed with a quote. Happiness is a warm manatee. Kiss me. I've got scurvy. Warte mal. Wir haben ja... Also Big Whoop. Wir müssen aber rausfinden, wer das jetzt war nochmal. Big Whoop. Unclaimed Bonanza or Myth. It says here there were four Pirates. Rapscallion, the cook. Young Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate. And Captain Marley. They buried their treasure along with plenty of booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into four pieces. Each man taking one. Rapscallion later opened the steam and weenie hut on Scab Island. Okay, wir brauchen Rapscallion, brauchen wir. Genau, die anderen kennen wir alle. Also wir brauchen eigentlich Rapscallion. Aber welcher Sack können wir öffnen hier? Einfach alle? I'm not opening up one of these without good reason. I'm not opening up one of these without good reason. Möchtest mal kurz drauf gucken. Violets are blue. Roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Mouthwash. We don't need no stinkin' Mouthwash. Okay, wir müssen rausfinden, welcher Sack der richtige ist. Und das können wir, weil wir brauchen den von Rapscallion. Dann gibt es, haben wir doch das Buch mit Aussprüchen berühmter Zitate. Da. Famous pirate quotations. Guck mal. Happiness is a warm manatee. Fester leech. Kiss me, I've got scurvy. Old skunk eye. Darg. Barney Gout. Violets are blue. Roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Rapscallion. Mouthwash. We don't need no stinkin' Mouthwash. Wir brauchen Rosen, sind rot. Violets are blue. Roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Hmm. Bustier. Die Kuhnanschers. Ja, damit müssen wir, glaube ich, zur Voodoo-Tante, glaube ich. Und die ist ja auch hier auf der Insel. Das passt ja ganz gut. Da. Ab zum Sumpf. Die kannst du mich helfen, daraus was zu machen. Ich will es nicht aus dem Wasser rausziehen. So. Kann schon, die Geiwisch. Genau, jetzt reisen wir zur Voodoo-Lady und die kann uns mit der Asche helfen. Ich glaube, ich meine, die kann irgendwie das wieder lebendig machen. So. 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 Bark again, Mr. Threepwood. About that Voodoo doll. Yes. It worked pretty well, didn't it? I still have the touch. Well, that's enough Voodoo for me. Bye. So be it. Bark again, Mr. Threepwood. Well, that's enough Voodoo for me. Bye. Vielleicht auch nicht, wir müssen ein Glas raus machen. That doesn't seem to work. No thanks. I don't need it. Okay, wie war das nochmal? Ich glaube, es gab hier irgendwas, was man nehmen konnte. They're unlabeled. Ich glaube auch nicht. Guck mal, das war's. Guck mal, das war's. Cat Dewormer. Ash to life. The uncreemating cream. Hey, das war's. Das war's. Das war's. I'll take it. There are some complications. It only works on ashes, and the resurrection is only temporary. Plus, you need to bring me a sample of the subject's ashes before I can mix you up a batch. I have the ashes of somebody I'd like resurrected, right here. Bring them to me. Okay. Now, there's only one small problem. I forgot the recipe. What? Oh, nein. It's been a long time. I don't have that cookbook anymore. I've got a book of Voodoo-Recipes. Guck mal. Gut. How many Voodoo-Buch-Scalves does it say to you? Ich wusste, dass das Voodoo-Buch für irgendwas gut war. Ich wusste nicht mehr wofür. Gut. That's just what I thought, when I whipped up this experimental batch. Thanks. Remember. Just a dab or do ya. Okay. Wir kommen wieder zurück. Jetzt müssen wir wieder zum Sarg hin. Und dann wecken wir den guten typischen Leben. Dann kann er uns ja vielleicht sagen, wofür, äh, wo das Vodoo-Kartenstück ist. Ich meine, er gibt uns sogar einen Schlüssel für den Leuchtturm. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Ich glaube, er will gerne, dass wir da hingehen und seinen Ofen ausmachen. Ich glaube, er hat seinen Ofen angelassen. Das denkt er zumindest immer noch. Gucken wir mal. Meine ich zumindest. Dann rein. So, und jetzt? Das ist ja auch. Pfff! Das war ein close one. Wenn ich nicht mein flam-resistenten Apfel hatte, hätte ich mich getötet. Haha. Du bist doch, Grab. Du bist getötet, Grab. Was? You're deader than dirt. I'm dead? Cold as leftover pork chops. But I'm not ready to die. I feel my soul is not at peace. Yes, there is something I must do before I pass on. Perfect pump when cooked wiener technology. Now, I just have this nagging feeling that I left the gas on in my restaurant. Oh, you're driving me crazy. I'll check the gas for you, Grab. Thanks. Here's the key. Das ist lustig, ne? Also, weil die Schicht ist so durchdacht. Das ist echt übertrieben cool gemacht. So, weiter geht's. Hm, diese Tür scheint sich zu locken zu sein. Das ist richtig angelassen. Los, die machen wir mal aus. So, ich glaube, hier mehr können wir hier gar nicht machen. Sie sind leer, aber ich kann immer noch die Pfeifen schmerzen. Sie ist mit alten Grease und Pfeifen verliebt. Ech. auch einfach ein Träumchen. Das ganze Spiel ist ein Traum. Also man muss ehrlich sagen, die haben sich so viel Mühe gegeben. Der dritte Teil, der jetzt kommt, kann doch gut werden. The Curse of Monkey Island, der andere dritte Teil, der gemacht wurde, der war okay, aber bei weitem nicht so lustig wie die ersten beiden. Und auch nicht so durchdacht. Naja, so. Gehen wir zum Sarg. Well? You were right. The gas was on. I turned it off. Thanks. I guess where I'm going, I won't need this map anyway. Thanks. Now I can rest in the folds of the earth like a steaming weenie in a soft fresh bun. Ah. Gut. Und raus. Jetzt müssen wir die Kartenteile noch identifizieren, welche Insel das ist. Und das kann ja am besten immer noch Wall-E. Wisst ihr, der Kartenleser hier auf der Insel auch. Perfekt, dass sich das alles fügt hier zum Ende hin. So, gut. So. Hallo. 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 Hallo, Wally. Oh, hallo, Mr. Brush. Ich hab's geschafft. Hey, ich hab's geschafft. Margot the grand left scab. Das ist großartig. Ich glaube, ich kann jetzt mit den Brücken über seine Fenster stoppen. Hallo, Wally. Oh, hallo, Mr. Brush. Thanks. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Okay-dokie. Okay-dokie. Can you put it all together into one map for me? I'll do it for you if you'll run an errand for me. Go to the international house of Mojo and ask the fortune teller if my love potion's ready. Okay. I'll try to have this done for you when you come back. Okay. Gehen wir mal zurück und fragen die Tante. Dass er seinen Liebestrank bekommt, der Affe. Bum, bum, bum. So. So. Zurück. Er ist eine Viellauferei gerade, ne? Okay. So. Back again, Mr. Threepwood. Wally sent me to pick up some love potion. Oh, okay. Tell him I said to enjoy, but to be careful. It's powerful stuff. Wouldn't want that little guy getting hurt. Wait. I just felt a sudden disturbance in the force. As if a tiny, tiny voice just called out in fear and then hastily scratched a message in a table. I think Wally's in trouble and I think LeChuck has something to do with it. Uh-oh. I better go check. Okay. Ich glaube, der wird entführt, der Wally. Und zwar von LeChuck. Ich glaube, hier kommt auch wieder gleich eine Stelle, die ich damals, genau. Seht ihr die Kiste da? Die war vorher noch nicht da. Die kann man sich angucken. Die Kiste ist ganz wichtig gleich noch, aber kommen wir gleich zu. Denn niemand weiß ja, wo die Insel ist von LeChuck. Aber wie wissen's denn? Weil wir alle die Dings da haben. Die Kiste. Die Kiste wird uns da hinführen. Also, woher geht's? Also, jemand hat hier ein Messer geschnitten. Es sagt nur LeChuck. Oh nein, LeChuck hat den Kartografer geschnitten. Ein peiniger Junge. Hey, er hat meine Kiste. Ich kann es nicht erreichen. Ich glaube, dass hier etwas bewegt ist. Hey Rich, ich könnte sicher eine Hand mit diesem. So, dritter Teil. LeChucks Festung, okay. In der kleinen Krat von Voodoo-Supplies, die für die nächsten fünf Tage und Nights sind, Guybrush ist verletzt, und Eel Bladders zu bleiben. Eventually, Guybrush und die resten der Slytherin-Gargo sind zu dem sehr durchstecken, der Karribein der größten Fearsom-Villain ist, der Ghost-Pirate, LeChuck. Ah, LeChuck's crate of Voodoo-Supplies. You know, we usually don't deliver out this far, and... You guys bucking for a tip? Well, we figured since then. Well, you figured wrong. LeChuck don't tip nobody. Gee, what a butt. So. Eek, I hate Snakes. Gut. Jetzt mal los hier. In die Chucks-Vestor. Gehen wir mal durch. So, ich glaube, wir können hier noch irgendwie weitergehen. Ich muss ganz kurz mal gucken. Oh, nee. Gehen wir mal weiter? Genau, im Gefängnis. Ah, Leica. Wally. Brush? Is that you? How's it hanging? You think this is funny? They abducted me in my office. Brought me here in a duffel bag. Interrogated me. Then they... They... What? What? They took away my monocle for a while. I see. The map, Wally. What about the map? Oh, LeChuck's got it. But who cares? Who cares? Yes. I memorized the whole thing before he took it. It's on an island called Dinky. Not too far from here. After you bust me out of here, we could steal a boat and go there. Could you please stop that annoying swinging? Sorry. I'm gonna go have a look around. Sit tight. Okay. 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 We're gonna have a little bit of a Schlüssel. We have no Schlüssel, right? Let's see. We're gonna have a little bit of a Schlüssel. See, what's going on here? Okay, stand zurück. Ich werde die Tür drücken. Was sind Sie, dumm? Geh die Schlüssel. Er bleibt wahrscheinlich in seinem Büro. Ich werde die Schlüssel holen. Okidoki. Ich habe nach links geguckt. Wollen Sie schnell nach links sein? Da. Wollen wir verkehrt? Geht's nicht weiter. Okay, dann wieder zurück. Dann müssen wir irgendwo finden, den Tunnel. Wo kann denn das Büro sein, frage ich mich. Na gut, dann gehen wir mal hier durch den hinteren Tunnel. Okay, das macht keinen Sinn. Das ist ein ehres Labyrinth. Wie man sieht. Okay, gehen wir zurück. Um diese Rätsel mit den Knochendingern im Hintergrund kümmern wir uns gleich. Erst müssen wir Wolle befreien. Okay. Der hintere Tunnel vielleicht? Ich glaube es ist das gleiche hier, ne? Ja. Okay, hier finden wir es auch nicht. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Hier, ähm, Büro von dem. Oh Gott. Jetzt haben wir uns komplett verlaufen. Wir müssen aber rauskommen. Hilfe! Okay. Okay. Geh mal den Tunnel. Okay. 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 Da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Ich weiß nicht, wer irgendwas zu sagen hat. Aber den kann ich nicht mal anpeilen. Nee. Okay. Dann müssen wir das Büro wahrscheinlich irgendwie finden. Ja, ich glaube das ist ein bisschen schneller. Mach das mit dem Bewusstsein. Die Technologische Abfußen. Das war ja toll. Das war ja auch doll. Was war ja auch dolles? Ich bin dran. Ich bin dran. Da bin dran. Die Technologische Abfuße. Da bin ein ein. Fast. Die Technologische Abfußen. Nice. Also wir müssen ja irgendwann dieses Büro-Ding da finden. Na gut, also ich glaub, wir müssen erst dieses Labyrinth hier machen und das können wir auch machen, denn wenn ich mich daran erinnere, haben wir was ja aufgeschrieben. Wisst ihr da, wo das runtergefallen ist? Da hat er doch sich was notiert. Der Kopfschlüssel sitzt am Beinschlüssel und... Let's see here. There are some matches in here. And something that says Love Bomb on it. When the tears come, shouldn't you be prepared? Stan's previously owned coffins. Wir hatten das doch aufgeschrieben, ne? Guybrush Threepwood. Arrested for infractions too numerous to list. Claims she was framed. Mr. Guybrush Threepwood. Arrested for infractions too numerous to list. Mr. Willy Gorilla. Mr. Willy Gorilla. Arrested for grinding his organ in public. Beware of Parrot. Er ist hier draufgeschrieben. Ja, guck mal da. Also, der Schädelknochen hängt am Rippenknochen, der Rippenknochen hängt am Hüftknochen, der Hüftknochen hängt am Armknochen. Also wir brauchen einen Schädel, der an den Rippen hängt und einen Rippen, der an den Hüft hängt. Also brauchen wir eigentlich nur Schädel, Rippen, Hüftknochen. Schädel, Rippen, Hüftknochen. Ist ja keiner von da? Schädel, Rippen. Also müssen wir hier durch. So, und das zweite war? Arm, Schädel, Rippen. 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 Müsste das Ding sein. So, und dann? Bein, Hüfte, Arm. Bein, Hüfte, Arm. Bein, Hüfte, Arm. Ist ja der hier wieder. Und der letzte? Schädel, Rippen, Hüft. Schädel, Rippen, Hüft. Schädel, Rippen, Hüft. Schädel, Rippen, Hüft hier. Geh aus. 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 22, 21, 22, 23, 21, 22, 23,рыh. Ein Stoffer wie PDF-Wasser Martin, noch ich muss, dass es in die Ecke obendrauf drin ist. Das ist eine... всchliche Tür. Ja, runde Tür. Da ist der Schlüssel, den brauchen wir. Ist gefangen das? Nice. Oh nein, wir sind gefangen. Guy Brush Threepwood. Du hast endlich getroffen. Ich habe alle Islanden searched. Ich habe alle Säge, und jetzt bist du ich. Was musst du sagen für dich selbst sagen? Largo. Ja, Herr Lechuk, Herr Lechuk. Geh Gei Brush in die Torture-Chamber, und mach die Maschine auf. Ja, Herr Lechuk. Geh Gei Brush Threepwood. Jetzt, dass du meinst, du werfst, was du für mich getan hast. Hey. Was ist ein bisschen Root Beer zwischen Freunde? Ja, Herr Lechuk. Ja, Herr Lechuk. Hmm... Can't we talk this thing out? Bounce off that other shield, finally striking the green balloon. When it pops, it will cause that lever to fall, releasing that ratchet on the chain wheel, and sending you down into the pit of acid. Gee, I, uh... Do you know what happens next? Um, well... I will take your bones, still alive and in great pain, and make them into a chair. I will call it my screaming chair. Every morning, I will sit in it and listen to you scream. Any questions? Gee, I had a million questions a second ago. Think fast. Your time is almost up. What happens when the bag falls on the bellows? The bellows will shoot a lead bullet into that pan. How is the lead bullet going to get to the balloon? It will ricochet off a bunch of stuff, I... What does the candle do? I'm growing tired of your stupid questions. Prepare to die. Wie jeder guter Bösewicht verschwindet man natürlich, um nicht zuzugucken, wie der hält sich befreit. Aber wir beschafft es trotzdem, na? Ein weiteres kommt zu mir. So. Das kenne ich aber noch. Ganz auswendig fast. Das kenne ich mich nicht zuzugucken. So. Spritze, Reusmerer, Spritze, Peitsche, Spuckel. Hey, schau es mit einem Spitz. Ich meine, das war aber so. Sehr gut. Das kenne ich mich nicht zuzugucken. Was ist hier passiert? Largo! Leicht die Kandel! Geibrush hat es ausgesucht! Find ihn! Ha! Ich glaube, LeChuck ist wirklich gefeiert jetzt. Ja. Hey, Wally. Ja? Wo sind wir? Gute Frage. So, wir können auf jeden Fall ein Streichelzahn machen. Wir haben ein Streichelzahn in dieser Tüte gefunden. Oh, die Schmerzen sind... ...Autsch! So. Und damit sind wir schon auf Dinkie Island. Oh. Oh, ich bin eine Stunde lang geflogen, immer so in den Ball. Oh, no, no, that's not right. Oh, no, no, that's not right. Welcome to Dinkie Island. Home of the treasure of Big Whoop. Okay, let's go over it again. So no one forgets where we bury the treasure. It's a moonshine still. Ah, Polly wants a cracker. Oh, no, no, that's not right. Pretty Polly. Okay, let's go over it one more time. Okay, let's go over it again. So no one forgets where we bury the treasure. Hi, Hermann. Oh, hi. I've been waiting for you. What do you mean you've been waiting for me? Our meeting comes at this. The final moment of my existence so far. All else has been in anticipation of this event. Okay. Do you mean to tell me that your whole life has been merely a prelude to meeting me here today? Yours too. But see, already the moment passes. Now our meeting is nothing more than another note in the grand overture to the next passage. It's not fun here. What are you doing here? I'm teaching philosophy here. Right here? On the beach? Sure beats a Tibetan mountaintop. I can go surfing when things are slow. What sort of philosophy are you teaching? Neo-existentialist Cartesian Zen Taoism. It's all the rage at cocktail parties this year. How many students have you got? Well, none at the moment. But as soon as word gets out that a guru such as myself is teaching at a beautiful locale like this, I'll have to beat them off with a stick. Could you teach me some philosophy? Okay. Here's a Zen koan for you. What? A philosophical puzzle. If a tree falls in the forest and no one is around to hear it, what color is the tree? Forest green? Nope. Brown? Nah. Lavender? Nope. I give up. Think about it some more and come back when you have an answer. Go the heck with it. Let's make a map and tear it into four pieces. Can I get more here hinkommen? I want my granddaughter to marry a real man. A captain. Not a washout like you. Gee, Captain Marley. Where should we marry the treasure? They say anchovies on the top. I want my granddaughter to marry a real man. A captain. It's shaped like a giant pencil. There's something lumpy in it. I can't reach it. I can't reach it. I can't reach it. I don't think I ought to do that. I can't reach it. Warte mal. Warte mal. Aha. Ah, das war nicht so clever. Aber ich glaub, damit kann man den Beutel kaputt machen. Warte mal. Das ist wie so ein Cracker-Ding. Es ist so lustig, wenn man überlegt, wie lange das Herzen gespielt wird und man trotzdem noch so viele Sachen weiß. Kann man hier auch weitergehen? Nee. Cool. Oh, da ist ein Strand. Ich dachte, den Cracker kann man bestimmt für den Papageien benutzen. Das Ozean. Oh, no, no, that's not right. Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the treasure. Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the treasure. Pretty Polly. Okay, let's go over it one more time. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into four pieces. He doesn't seem interested. Polly wants a cracker? He doesn't seem interested. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into four pieces. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into four pieces. I want my granddaughter to marry a real man. A captain, not a washout like you. That seems to have gotten most of the salt out of it. Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the treasure. Oh, no, no, that's not right. Oh, no, no, that's not right. It's instant low sodium cracker mix. Just add water. I want my granddaughter to marry a real man. A captain, not a washout like you. Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the treasure. Okay, let's give it a kick. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into four pieces. And do east from the pond to the dinosaur. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into four pieces. Okay. Okay. Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the treasure. Head north from the dinosaur to the pile of rocks. Head north from the dinosaur to the pile of rocks. So, erst Osten, dann Norden. I want my granddaughter to marry a real man. A captain, not a washout like you. I want your cracker. I want my granddaughter to marry a real man. A captain. That seems to have gotten most of the salt out of it. And there's no more cracker mix. Okay. Head to east from the pond to the dinosaur. That doesn't seem to work. Head north from the dinosaur to the pile of rocks. Hey, Captain Marley, where should we bury the treasure? I want my granddaughter to marry a real man. A captain, not a washout like you. Oh, the heck with it. It's full of fresh clear water. And there's no more cracker mix. Okay. 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 Good. Holly, want your cracker? Oh no, no, that's not right. Head north from the dinosaur to the pile of rocks. Head north from the dinosaur to the pile of rocks. Head north from the dinosaur to the pile of rocks. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into four pieces. Head north from the dinosaur to the pile of rocks. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Okay. Head north from the dinosaur to the pile of rocks. Head north from the pound to the pile of rocks. How the heck with it. Let's make a map and tear it into four pieces. Ah, and you east from the pond to the dinosaur. Hey, there's a cracker in here. And you east from the pond to the dinosaur. Okay. Okay, du musst nämlich drei Kekse geben, das habe ich noch im Kopf gehabt, ich wusste nicht mehr wie. Okay, Ost-Dinosaurier, Nord-Dinosaurier und dann zum X. Holly, willst du einen Kekse? Oh, der Herr ist mit, lass uns eine Kappe machen und es in vier Stück machen. Holly, willst du einen Kekse? Kann er auf den Dschungel gehen? Es ist kaputt. Hey, Dynamite, wie es auf der Seite sagt. Was hat er gesagt zu uns? Wir gehen nach Osten, vom Teich zum Dinosaurier. Osten, der müsste ja hier sein, in der Mitte, oder? Da ist der Dinosaurier, okay. Und vom Dinosaurier aus sollten wir nach Norden gehen, zum Steinhaufen. Nach Norden zum Steinhaufen. Da ist der Steinhaufen. Und vom Steinhaufen aus sollten wir wieder nach Osten gehen. Dann müssen wir wieder hier links. Das ist aber ein kleines X. Da ist noch die Schaufel. Okay, dauert ein bisschen. Okay, in the meantime. I've hit cement. Okay, was auch dafür haben wir das cement. Er ist still nicht. I don't think it'll do much good, unless I light it first. Okay, about it. That's the last match. Great, Scott. That came from the direction of Dinkie Island. Idiot, must be messing with my grandfathers treasure. Oh, I better get over there. I can't reach that from here. I don't think it'll catch on there. There, I think that'll hold. And you shut up about three days later. Will you help me now? Anything to shut you up. That has to have been the longest story I ever heard. Oh, dear. Oh, dear. Da. What do I want with a bunch of bits of broken treasure chest? Hey, was gab's hier? Gab's nirgenden Lichtschalter, oder so? Boo! Ah! Eek! Hello, Guybrush. Hello, LeChuck. You won't escape me this time. Yeah? Just watch me. Not so fast. Even if you were to escape, I would always be able to find you again. We are bound to one another. Like soup and salad? Not really. More like... Brothers. Huh? I am your brother. No. 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 That's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. No! No! And I've brought a little surprise for you. I think you being my brother is enough of a surprise for one day. Hmm, perhaps. But humor me. Uh-oh. A dolly? The surprise is a dolly? The surprise is a voodoo dolly, which I'll be using to torture you. And then send you screaming to another dimension, one of infinite pain. Observe. Mama. That was exhilarating. Let's have some more fun, shall we? Oh, please. No more. Okay. Time to send you screaming to a dimension of infinite pain. Oh, let's pump that finale comfort, Chuck. Oh, let's pump that finale comfort, Chuck. At last. I'm rid of that pesky little wimp guybrush. Hey. I'm alive. Hey. I thought I was a goner. Oops. Strange. There must be something wrong with my voodoo doll. It was supposed to send you to another dimension, not the next room. Shoddy materials, I'll bet. Well, I guess I'll just try it again. Uh, no. That's okay. I... Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. So, jetzt können wir gleich immer abhauen. Vor ihm und Sachen sollen wir doch auch ne Voodoo-Puppe machen. Hey, Guybrush, it's voodoo time! Oh, there's stuff in it. It's a pair of surgical gloves. Let me explain. I need the virus. It's nailed shut. It's empty. It's probably got all kinds of money and valuables in it. Hey, Guybrush, it's voodoo time! It's out of order. That won't do much. There's no need for violence. Missed. Holy cow, these are my parents! Hmm, this looks loose. It's just an ordinary drawer. Where am I going to put a drawer? There's a syringe in here. Spritze, Lauch, okay. There's no more in here. There's loads of root beer in here. It doesn't seem to open. There's loads of root beer in here. They're little generic voodoo Kewpie dolls. I'll just take one. They're full of root beer. What? All of them? Hey, there's only one balloon in here. It looks like it's been here a long time. But what do we do? I don't know. Ähm... Nicht bei Gorn, nicht bei Gorn! Alright, das ist gerade mal gekommen. Okay. Ich glaube, es fehlt noch was. Wir müssen ja noch persönliche Sachen von ihm haben. Und ich meine, wir kriegen irgendwie... Irgendwann aus einer Unterhose oder so. Genau. Hey! A Susan B. Anthony! What a find! Now you're gonna get it! Let me explain. Okay. So, was brauchen wir denn noch? Wir haben jetzt was von seinem... Wir brauchen noch was Lebens von ihm. Das wäre ja sein Bart. Hey, Guybrush! Es ist Voodoo-Zeit! Au! Hey! 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 This is hauntingly familiar. Now you're gonna get it! Ähm... Ah, hey! Miss! So, was haben wir denn jetzt? Unterhose von ihm. Wir haben... Wir haben Unterhose von ihm. Vielleicht Puppe. Unterhose von ihm. Wir haben Haare von ihm. Wir haben was von seinen Eltern. Es fehlt uns noch... Schnottrotze oder Flüssigkeit von ihm, ne? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir haben was bekommen. Wir haben was bekommen. Wir haben was bekommen. Die Kinder dann hat ihn mitgemacht. Wir haben die inglés versprochen. Wir werden Kon rasiert. Und er wurde damit aufیا. Weil wir unseren Vater verdcharged! Ich glaube, wir können ihm doch irgendwann so einen Taschentut geben, oder? Da haben wir nicht mehr sicher. Das ist komplett stark natürlich nicht mehr. Oh, gleich sieht's so aus. Na, was wir denn bei? Oh. Ja-haaa! Caught ya! Ah-ha-ha-ha! Habt ihr denn? Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Uah! Ich... Oder können wir ihn hier mit diesem... Asche zu Leben machen? Dass er dadurch niest? Das kann nicht sein. Hey, Guybrush! It's voodoo time! I'm sure you wanna do this? Okay, so ging's auch nicht. Hey, Guybrush! It's voodoo time! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha 900 lb. Nein. Ich will es für Elaine schrauben. Jetzt werden Sie es bekommen. Wir können das überraschieren. Ja! Ich werde alles alles knackig. Malzbeer auf ihn kippen. Das hilft wahrscheinlich gar nicht mehr, aber übrigens trotzdem mal. Könnte sein, das doch hilft. Warten wir mal. Jetzt wird es bekommen. Let bygones be bygones. Service Elevator. 1000 Pound Limit. Warten wir mal, was er kommt. Wenn er kommt. Let's bury that. Warte mal, das ist ja irgendwie alles verrückt. Let's discuss this, like rational adults. Also, okay, das wird schwierig gerade. Jetzt werden Sie es bekommen. Ähm, hold on. Also, ich glaube, wir kommen. Untertitelung. BR 2018 Ah! 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 So schnell was zum Fahrschwimmen müssen, aber jetzt glaube ich nach oben einmal. So oben gucken wir nach ganz kurz, dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe. So wir müssen hier eine Voodoo Pop bauen, das heißt wir nehmen das Ding und packen das hier in die Tüte rein. Nun, das ist ein Ingredient. Das sind zwei Ingredienten. Das sind drei Ingredienten. Warum wir das hier aufgefunden haben, weil wir könnten sonst den Fahrschwimmen nicht benutzen, also nebenbei. Weiß ich nicht, warum hat der das überhaupt gemacht, ne? Ich würde das alles aufgefunden haben. Okay. Hmm. Uns fehlt aber noch irgendwas. Achso, die Puppe. Das sind drei Ingredienten und die Puppe. Es fehlt noch eine Zutat und das ist natürlich sein Rotz. Die Ache in Leben. Die un-cremating-Creme. Jetzt eine gewisse Puppe. So, warte, wir speichern noch einmal kurz zwischendurch. Ein bisschen Angst, dass es gleich alles hier dem Bach runtergeht. So, dann können wir zurückgehen. Wie ihr seht, sind wir auch schon fast beim Ende. Das ist halt das Finale. Ich überlege gerade mal, wie das war. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, man kann ihm auf jeden Fall das Taschenduch geben, meine ich. Das ist das Wichtigste. Ja, pass auf. Aha, caught you. Ähm, ich weiß nicht, wie du das machst. Hey, Guybrush, es ist Voodoo-Zeit. Lass uns das buchten. Okay, jetzt taucht er leider zu oft auf, aber wir müssen zum Grop-Automaten nochmal. Ich meine, wir können das nicht mehr machen. Oh! Ich weiß nicht, wie er kommt. Das darf doch ruhig mal kommen. Hey, hey, Guybrush, es ist Voodoo-Zeit! So, jetzt geht's. Man muss wirklich abwarten. Probier das. Jetzt. Ist das besser? So, also ging's ja doch eigentlich, aber wir müssen uns lange warten. Also, ich hab den Moment wahrscheinlich mal verpasst, aber jetzt klappt es ja. Sehr gut. So, jetzt müssen wir schnell. Okay, Bruder, watch out, because I've got my own doll now. Genau. Hier raus. Aha! Kotter! So, jetzt haben wir ihn auch. Guybrush, but not good enough to stop me. Der Herr. Kann ja eigentlich gar nicht wollen, dass ich gegangen bin, wo sind beide, ne? Geht er noch in diese Richtung. Hey? No, it's you. What, that again? Oh, look at me, quaking in my booties. I laugh at you and your puny voodoo tinkerings. Aha, stab the doll again. Take that, my chuck. I'm much too powerful for you and your puny doll. What are you gonna do now? You know, this doll reminds me of the stretchy muscle man I had as a kid. Is that the best you can do? I'm not afraid of your doll. I wonder what would happen if I tore the leg off this thing. Ow! 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 Oh. Guybrush! What? Come over here. No way. I'm not that stupid. But I want you to take my mask off. See the true face of your brother. Forget it. I'm not coming over there. You've got to see my true face. Na gut, dann machen wir das mal. Oh, all right. I'm coming over. Gently now. Remove my... ...mask. My god, you're my creepy brother, Chucky. What? Did you think I was kidding before? Why have you been chasing me all over the place? Our mother told me to hunt you down. When our mother told you to hunt me down, did she actually mention killing me, or was that your idea? Look, Guybrush, could you help me out? Stick the leg back on the doll, okay? Will you promise not to hold me down and spit on me anymore? All right, all right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids! You're not supposed to be in here. Ah, so there you are. What's going on? We're scolding you for running off. Your mother and I were very concerned. Thank you for hunting down your brother like we asked, Chucky, dear. You boys didn't get in any trouble now, did you? No, sir. Good. I wish you wouldn't run off like that, young man. We were worried sick. You don't know what kinds of murderers and ne'er-do-wells might be hanging around a place like this. Yes, Mom. Well, come on then. Let's go ride the madly rotating buccaneer. Yeah. Man weiß nicht, was für ein Ende das sein soll. Abgefahren. Und genau da will ja auch Ronald Gilbert weitermachen. Im nächsten Teil, der jetzt bald erscheint. Und zwar dieses Jahr noch 22. Geil, geil. Ich bin gespannt. Ja, das war's dann. Das war der zweite Teil von Monkey Island. Und ja, so wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr durchkommen könnt. Und falls nicht, hoffe ich euch, dass es euch trotzdem irgendwie lustig für euch war, hier zuzugucken. Denn die Geschichte an sich ist ja schon immer ein Highlight. Gut. Ich lasse den Kredit hier noch ein bisschen laufen, aber würde dann schon mal sagen Tschüss. Und vielleicht sieht man sich ja beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann.